grüße an die berliner schnauze ja 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 grüße zurück mensch haben sie mich direkt erkannt hier direkt durchschaut was die was hier phase ist wie es bei uns sagt man redet wie der schnabel gewachsen ist ja und bei euch hätten wir von der berliner schnauze er strache ich würde dann einfach weitermachen und komme jetzt zu clash of clans wunderbar ja dann heiße ich herzlich bei uns willkommen hc strache ein herzliches grüß gott ich habe erstmal so eine ganz plumpe einstiegsfrage vielleicht entwickelt sich da ein gespräch dann raus wie sind sie zur politik gekommen gab es da prägende erlebnisse die sie auf diesen weg gebracht haben ja es waren schon prägende erlebnisse also ich war seit meinem sechsten lebensjahr im internat habe im internat in einem katholischen internat immer wieder erlebt wie dort strukturell gewisse entwicklungen statt gefunden haben wo ich mich dann begonnen habe als klassensprecher zu engagieren mit einer schulzeitung und da bekommen habe auch ein gerechtigkeitsfanatiker zu werden und nach dem internat hat mich natürlich das leben interessiert ich wollte nicht länger im internat bleiben nach acht jahren hätte ich auf die militärakademie gehen sollen das habe ich damals verweigert und habe das leben nachgeholt und habe mir dann sehr sehr viel angesehen und so bin ich dann eigentlich so richtig politisiert worden im sinne ich sage jetzt ganz bewusst einer freiheitlichen patriotischen gesinnung und einstieg haben festgestellt dass sie neben ihrer politischen karriere auch eine art damit verwobene rap karriere aufgebaut haben eine welche eine welche karriere das habe ich akustisch nicht verstanden wer sich nicht integrieren will für den hab ich ein reiseziel ab in die heimat guten flug arbeitslose haben wir hier selbst genug eine rap karriere also ein oh gott oh gott wie ist es dazu gekommen und wie sehen sie diese musikalischen werke heute also ich habe gesanglich immer ein problem gehabt ich war also gesanglich nie wirklich gut und auch nicht trainiert aber ich habe ein mundwerk gehabt und ich bin ja erlernter zahntechniker ich habe immer gesagt also früher habe ich von der hand im mund gelebt und dann von meinem mundwerk und politisch war es so dass ich damals einen holländischen politiker erlebt habe der politische probleme sozusagen über einen rap den auf den markt gebracht hat angesprochen hat und das in einer sehr direkten jungen sprache und das hat mich eigentlich sehr fasziniert und das war der anstoß dass ich dann gesagt habe eigentlich sollte man auch wenn man in der politik tätig ist auch auf diesen bereich auf diese genre zurückgreifen und ich sage politische themen probleme über einen rap auch letztlich die jungen menschen erreichen und das habe ich dann auch gemacht und das ist natürlich auch ein bisschen selbst ironisch zu sein und ich sage oftmals ist es so dass es auch gut ist über sich selbst lachen zu können dürfen wir denn irgendwann mit einem neuen album rechnen oder ist dieser die jetzt mal abgeschlossen naja der letzte der letzte der letzte ballon der da gestartet worden ist war 2020 und da sind wir dann geklagt worden aufgrund der melodie und mussten dann den rap sozusagen vom netz nehmen also es ist jetzt einmal glaube ich eine zeitlang schluss damit ich habe jetzt ein buch geschrieben und mich auf die aufarbeitung sozusagen ja einerseits des ibiza-attendat konzentriert aber auch ich sage mein leben oder die aufarbeitung meines lebens vorgenommen aber eben auch mit einem ausblick sind unter anderem 2016 nach jerusalem gereist um die beziehung zu israel aufzubauen und zu verbessern daher wollte ich ihnen mal die frage stellen wie sehen sie die rolle von israel und wie sehen sie die rolle der modernen rechten wie sollte sie sich zu israel positionieren also ich hatte immer jüdische freunde und das hat sehr früh begonnen 1998 99 habe ich mit einem jüdischen freund immer wieder diskutiert über die politische entwicklung europas über fehlentwicklungen die wir in der geschichte hatten der antisemitismus in europa der wieder platz gegriffen hat aber jetzt nicht ein problem letztlich der europäischen völker im wesentlichen ist das ist im wesentlichen überwunden sondern was wir erlebt haben ist das durch eine zuwanderung vorwiegend eine muslimische zuwanderung ein neuer antisemitismus in europa letztlich auf platz gegriffen hat und es hat sich dann ergeben dass ich mehrere einladungen erhalten habe nach israel dort auch sehr interessante persönlichkeiten kennenlernen durfte und unter anderem auch raffi etan der wie sie vielleicht wissen also auch den adolf eichmann in argentinien damals im auftrag des mosat festgenommen beziehungsweise kassiert hat und dann dort über argentinien nach frankfurt nach israel gebracht hat und da habe ich viele gespräche auch vor ort gehabt wo wir die probleme der gesagt den antisemitismus den historischen antisemitismus einerseits auch aufgearbeitet haben aber vor allen dingen auch den gegenwärtigen und die diversen ja ich sage ganz bewusst fehlentwicklungen ist da gibt und es war mir immerhin anliegen dass man den antisemitismus in unserer gesellschaft überwindet und dass ich sage ganz bewusst rechts konservativ denkende menschen aller religionen aller völker eigentlich zusammenarbeiten sollten ihr habt es immer sehr zugespitzt formuliert mit nationale aller länder vereinigt euch und arbeitet zusammen lasst euch nicht auseinander dividieren denn was wir erleben ist ja durchaus ein globaler ideologischer kampf oder eine globale ideologische auseinandersetzung zwischen links und rechts und ich sage da kann man lange darüber philosophieren auch aktuell mit den diversen entwicklungen ich könnte vielleicht noch die folgefrage dazu stellen haben sie verfolgt was zum beispiel mit nemiel hassan oder wie sie jasmin posi bei den öffentlich-rechtlichen im hinblick auf antisemitismus passiert ist also dass sich da ein muslimischer antisemitismus in den deutschen öffentlich-rechtlichen medien breit zu machen scheint ich habe das nur peripher verfolgt ja aber das passt leider zu den entwicklungen die wir insgesamt wahrgenommen haben in den letzten jahren es gibt sage es gibt einen antisemitismus der sich heute teilweise versucht mit anderen begrifflichkeiten darzustellen und der von links kommt einerseits der natürlich auch auf der rechten seite da oder dort auch implementiert ist aber vor allen dingen ich sage in der islamischen welt wenn es um die muslimbruderschaft und den radikalen islam geht wo das ist auch ein ganz ein wesentlicher ideologischer programm teil letztlich ist und ich sage immer der radikale islam hat ja insofern das problem dass ich sage es nicht nur eine religion ist sondern religion gesetzdefinition über die scharia wo untrennbar religionpolitik und gesetzliche definitionen sozusagen miteinander verbunden sind und dort wenn man so will diese aufklärung nicht gegriffen hat wie wir sie erleben am 17 mai 2019 wurden videoaufnahmen veröffentlicht die sie mit einer angeblichen oligarchen nicht aus russland in einem schicken anwesen auf ibiza zeigen dort soll zu sehen sein wie sie besagter oligarchen nicht staatsaufträge zu sichern wenn sie wiederum ihr wahlprogramm mit finanziert und dabei ging es scheinbar nicht um parteispenden sondern sie sollte 50 prozent der kronenzeitung kaufen und durch entsprechende berichterstattung ihrer damaligen partei der fb den wahl sieg ermöglichen so beziehungsweise so ähnlich ist das damals alles aufbereitet worden und so steht es noch heute auf wikipedia laut bastian obermeyer von der sz die ganze nummer wurde damals vom spiegel und der sz veröffentlicht laut dem herrn obermeyer von der sz lagen von tag eins an über sechs stunden ungeschnittenes video material vor und dieses video material wurde ja nach meinem kenntnisstand nie vollständig veröffentlicht die medien haben also immer nur bezug genommen auf das was der spiegel und die sz veröffentlicht haben und das führt noch heute zu stilblüten wie der die wir euch jetzt einwenden unbemerkt gefilmt versprachen die zwei einer vermeintlich russischen oligarchen nicht das blaue vom himmel zum beispiel eine übernahme der mächtigsten zeitung österreichs der kronenzeitung strache fantasiert über den umbau der redaktion in seinem sinne ich gebe das jetzt noch mal wirklich akkurat wieder sie hätten der oligarchen nicht das blaue vom himmel versprochen so zum beispiel eine übernahme der kronenzeitung bevor wir jetzt zu den transkripten kommen die sie herrn strache scheinbar entlasten welcher vorwurf steht da jetzt überhaupt im raum in bezug auf die kronenzeitung hat die junge dame die kronenzeitung ins spiel gebracht oder waren sie das das war die dame diese vermeintliche oligarchin hat offenbar im vorfeld meinen langjährigen wegbegleiter johann kodenos ja schon kennengelernt und offenbar über mehrere monate kontakt gehabt und im vorfeld ich bin ja jedes jahr mit meiner familie mit meiner mutter mit meinen großen kindern auf ibiza geflogen und da war also auch immer eine ziemliche ansammlung auch von wegbegleitern und vermeintlichen freunden die dort auch hingeflogen sind und im zuge des urlaubs hat damals der johann kodenos der dort nachgekommen ist mit seiner lebensgefährtin und heutigen frau mir erzählt dass er da eine oligarchin kennen gelernt hat die nach österreich ziehen will die mit ihren kindern in österreich sich ansässig machen will die mit über 200 300 millionen euro hier auch investitionen setzen will und die sei auch zufällig auf der insel die hätte ihn und seine lebensgefährtin eingeladen aber die will unbedingt dass ich da auch mitkomme und und dieser einladung folge und die hätte ein angebot eines teils der familie dichern wo sie fix anteile der kronenzeitung käuflich erwerben wird das war so das was er im vorfeld erzählt hat und als wir dann in diese finca aufgebrochen sind im urlaub 2017 da habe ich mir auch nichts dabei gedacht war ein privater urlaub haben wir gedacht wo ich dort hin hören wir das an hat diese dame dann letztlich auch davon erzählt dass sie also fix anteile der kronenzeitung kaufen wird und interesse hat weitere anteile zu kaufen also das war eindeutig im sinne von suggestivfragen so aufbereitet und so inszeniert von diesen lockvögeln die das selbst ins spiel gebracht haben und das spannende dabei ist ja dass diese manipulativen verkürzungen ja ganz bewusst die siebeneinhalb stunden die ja die journalisten der süddeutschen und das spiegel ja hatten und nicht veröffentlicht haben dass diese drei minuten die manipulativ zusammengeschnitten worden sind ja bewusst ein falsches bild erzeugen sollten nämlich mich als korrupt darzustellen was ich nachweislich in den über sieben stunden video dokumentiert nicht bin und deshalb ist ja auch das ibiza verfahren und auch das vereinsverfahren gegen meine person eingestellt worden weil in den über sieben stunden x-fach vorkommt wie ich dort vehement jedes korruptive angebot dieser vermeintlichen oligarchien abgelehnt habe und das auch mit sehr rüden worten nach dem motto sie soll sich ja geld irgendwo hinschieben ich möchte rück schlafen und bin für solche sachen nicht zu haben nun wurden nach und nach nun wurde nach und nach immer mehr transkribiert obwohl das stimmt glaube ich gar nicht ich meine mich zu erinnern dass herr obermayer sagte dass direkt zu anfang alles transkribiert wurde wir gucken da einfach noch mal rein und dann haben wir uns dran gemacht dass wir das ist diesen ganzen diese mehr sechs stunden abhören und das abgetippt auch sind noch mal und noch mal drüber gegangen haben die stellen die russisch sind von einer vereideten russisch dolmetscherin übersetzen lassen dass wir uns da auch ganz sicher waren wir hatten da noch zwei russische sprecher beim spiegel und dann am ende hatten wir alles vor uns sozusagen und waren uns eigentlich schon während der arbeit ganz sicher dass es eine geschichte ist wir haben insgesamt video material von mehr als sechs stunden und dann haben wir uns dran gemacht dass wir m diese diesen ganzen diese mehr als sechs stunden abhören und haben das abgetippt auch zitat ende es existierte also ein transkript so ziemlich von anfang an veröffentlicht wurde dieses transkript aber nicht warum herr strache und vielleicht in verbindung mit dem umstand den sie gerade schon angesprochen haben sie haben gerade nämlich von 2017 gesprochen das mag den anderen der da nicht ganz genau bescheid weiß vielleicht ein bisschen verwundern diese aufnahmen wurden ja 2019 veröffentlicht aber entstanden sind sie ja 2017 hat also zwei jahre gewartet das ganze öffentlich zu machen warum hat man das transkript der öffentlichkeit vorenthalten und warum hat man zwei jahre damit gewartet das ganze zu veröffentlichen deshalb kann ich vielleicht auch auf mein aktuelles buch verweisen ich habe also diese aufarbeitung vorgenommen mit meinem aktuellen buch das ibiza attentat was wirklich geschah und vor allen dingen warum ich auch weiter für die bürger kämpfe ich musste auf einige sachen eingehen weil das sehr sehr kompliziert ist auch man muss das verstehen und das ist für viele gar nicht greifbar auch für mich selbst war es lange nicht greifbar viele recherchen anstellen müssen und habe zum glück auch investigative journalisten gehabt die mir geholfen haben sie müssen wissen dass ich offenbar eine dass es offenbar eine auftraggeber gruppe gibt die spätestens 2013 wahrscheinlich sogar viel früher aber wir wissen heute spätestens 2013 einer gruppe den auftrag gegeben hat mich mit konstruktionen mit manipulationen mit manipulativen falschen rechnungen die man mir unterschieben wollte mit drogen die man mir unterjubeln wollte mich den auftrag hatte mich zu vernichten und da gibt es zeugen die bei mehreren treffen anfang 2014 bis mitte 2014 auch in einem lokal in wien in brocacci dabei gewesen sind wo mein ehemaliger polizist und sicherheitsmann mit dieser tätergruppe um julian hessenthaler dem anwalt m und anderen mittätern gesprochen hat wie sie mir rechnungen unterjubeln wollen um mich zu kriminalisieren und die ironie der geschichte damals war dass der auch gesagt hat trinkt champagner bestellt trüffelnudeln das verrechnen wir alles quasi dem strache und jubeln ihm das unter und da wurde auch besprochen wie man mir drogen in mein sakon hineinstecken will und dann wenn man in ein lokal geht die polizei zu informieren für eine razzia um dann sozusagen mich mit drogen dort zu erwischen und zu kriminalisieren ähnliches auch mit meinem dienstauto wo man drogen verstecken wollte und dann bei einem grenzübertritt der polizei einen zund geben wollte um dort sozusagen mich zu kriminalisieren das hat nicht so funktioniert wie sich die herrschaften das vorgestellt haben und man hat dann 2015 vor der wiener wahl offensichtlich mit diesen manipulativen unterstellten und unterschobenen rechnungen einen stick an das bundeskriminalamt übergeben den man vorher sogar der österreichischen volkspartei verkaufen wollte um viel geld sogar mit dem verfassungsrichter doktor supern der jetzt auch der anwalt von doktor von sebastian kurz dem zurückgetretenen bundeskanzler ist auch als övp-anwalt gilt dem hat man das angeboten für geld der hat aber nur 70.000 euro dafür zahlen wollen und hat sie an das bundeskriminalamt an den herrn holzer der dort tätig ist verwiesen dort hat man dann einen stick mit manipulativen rechnungen die man mir unterschieben wollte den behörden gegeben und hat auch haare den behörden gegeben wo man unterstellt hat das seien meine haare und diese haare würden belegen dass ich illegale drogen konsumiert hätte ich habe also hier ein reines gewissen die haare existieren komischerweise bis heute nicht mehr es gibt vermutungen dass diese herrschaften haare dort in liquid in ein drogen liquid gelegt haben könnten um dann der polizei gegenüber solche haare zu übermitteln und den versuch zu starten mich zu kriminalisieren was aber nicht funktioniert denn ich habe 15 jahre lang regelmäßig beim wiener polizeichefarzt drogenuntersuchungen gemacht auf grund dieser falschen vorwürfe nämlich vor einem notar und daher auch über 15 jahre lang die beläge dass ich dieses zeug nie angegriffen habe obwohl ich kein heiliger bin ich bin also einer der immer wieder gern alkohol getrunken hat auch gerne raucht ich habe durchaus meine laster aber dieses gift wie kokarin und andere dinge habe ich zum glück nicht angegriffen und das hat man versucht 2015 vor der wiener wahl zu platzieren da sind dann keine ermittlungen aufgenommen worden weil die suppe offenbar zu dünn war die diese herrschaften konstruiert haben und danach hat dann diese tätergruppe begonnen das ibiza video zu planen und das zeigt alles auf was das für ein langer zeitraum ist einer kriminellen struktur wo vielleicht sogar geheimdienste dahinter stehen die das ausgelagert haben an solche kriminellen strukturen die auch als v leute wie wir wissen tätig gewesen sind und ja dann hat man eben die falle auf ibiza gebaut weil man offenbar davor schon einige fallen mir aufbereitet hat in österreich die nicht funktioniert haben und wo ich auch nicht hinein gelaufen bin da gab es offenbar eine vorbereitete falle in einer diskothek in einem klub wo offenbar man gemeint hat ich komme dort mit begleitern hin und da haben dann damen auf mich gewartet die offenbar einen auftrag hatten mir dort etwas unter zu jubeln und als ich nicht gekommen bis bin bis halb zwei in der früh hat ist dann die operation von denen abgebrochen worden und die polizei hat dann später ein protokoll gefunden wo das beschrieben worden ist von einer dame und das zeigt also welche unglaublichen strukturierten machenschaften hier stattgefunden haben und im jahr 2017 auf urlaub hat man es dann wieder probiert wo ich dann eben in diesem privaten umfeld eben in diese falle hinein gelockt werden konnte und man über sieben stunden mit suggestiv fragen versucht hat sozusagen nicht in einen korruptiven akt hinein zu führen wo ich sehr sehr deutlich und klar gesagt habe ich will ruhig schlafen bin ein mensch der für einen graben weg steht ich bin ein mensch der nur saubere sachen macht und nichts rechtswidrig ist und ich sage das glaube ich über 130 mal in den über siebeneinhalb stunden und diese siebeneinhalb stunden haben die journalisten der süddeutschen und des spiegel gehabt ich habe selbst die information bekommen dass sogar die juristen des spiegel davon abgeraten haben diese drei minuten am 17 mai 2019 dann zu veröffentlichen und es ist 2017 im urlaub aufgenommen worden dabei sogar oppositionspolitiker oppositionsführer im österreichischen parlament das heißt lange bevor man dann das video das manipulativ zusammengeschnittene veröffentlicht hat ist das dann erst veröffentlicht worden und da gibt es viele möglichkeiten warum das so ist sie müssen sich vorstellen im juli 2017 weiß man heute sollen auch vier österreichische geheimdienst mitarbeiter nämlich bvd bedienstete in diesem linienflugzeug mit mir meiner mutter und meinen großen kindern mitgeflogen sein man stellt sich die frage wer hat da diesen auftrag gegeben warum sind die da mitgeflogen haben die vielleicht diese illegale rechtswidrige falle und operation und videoaufzeichnung begleitet und haben die die operation geleitet da stellen sich viele fragen die bis dato nicht beantwortet sind aber ich sage einige spuren führen schon in eine tief verwobene struktur wo man eigentlich nur mehr fassungslos ist und man hat dann offenbar drei wochen später und das war ein punkt wo ich glaube dass der dann gegen eine veröffentlichung vor der nationalratswahl gesprochen hat den herrn silberstein festgenommen wegen betrugsverdacht in rumänien hätte er irgendeinen betrug gelebt er war berater der sozialistischen partei österreichs er hat also seit geraumer zeit seit dem jahr 2006 alle möglichen sozialistischen partei obleute beraten und galt als experte für dirty campaigning und letztlich auch für regime change und der ist drei wochen nach aufzeichnung des ibiza videos festgenommen worden und auch nach israel dann ausgeliefert wurden auch verurteilt worden der war der berater des spö spitzenkandidaten kern und ist schon im vorfeld auch in diesem wahlkampf aufgefallen mit dirty campanings wo man versucht hat facebook seiten zu gründen die man versucht hat rechten oder konservativen in die schuhe zu schieben wo man bewusst mit antisemitischen aussagen tätig geworden ist und da ganz bewusst mit dirty campaigning operiert hat das ist dann auch aufgedeckt worden und das könnte ein grund sein warum das video dann nicht veröffentlicht wurde aufgrund dieser festnahme das nicht mehr ins bild gepasst hat und man dann dieses video ja auf halde oder in die schublade gelegt hat um einen richtigen zeitpunkt abzuwarten wann man dieses video platzieren will und ich sage immer sehr sehr bewusst nach dem ableben dr jörg heiders der ja wie sie wissen durch einen dramatischen autounfall ums leben gekommen ist bin ich froh dass ich dieses ibiza attentat und auch diese machenschaften über jahre hinweg überlebt habe vielleicht wäre ein zweiter tot dazu viel gewesen und so auffällig gewesen und hätte vielleicht auch ein märtyrer geschaffen ja ich habe ja auch erleben müssen in diesem ganzen zusammenhang bis zu der veröffentlichung des videos dass ja auch eine autobombe auf mein privater auto in der zeit als vizekanzler geplant gewesen ist ich habe auch erleben müssen dass mein büro im vizekanzleramt mit einer alten radiobox die frisch verkabelt war wo man noch die frischen anbohrungsspäne gesehen hat eingebaut war hinter einer spiegelwand um offenbar nicht dort weiter illegal abzuhören und die damals deaktiviert werden konnte durch das abwehramt des österreichischen bundesheeres die da fündig geworden ist und da haben die medien aber auch die der österreichische geheimdienst als das dann angezeigt worden ist das alles lächerlich versucht herunterzuspielen ich glaube das war eine ziemlich unglaublich nachhaltige operation die viel geld gekostet haben muss die sehr lange stattgefunden hat und die eigentlich aufzeigt nach so vielen jahren wie sauber ich bin wenn man über jahre hinweg mit solchen strukturen zu tun hat die versuchen einen zu kriminalisieren aber es in wahrheit nicht geschafft haben ich hätte eine zwischenfrage und zwar warum haben sie sich so lange dieser situation gestellt diesen suggestiv fragen gestellt warum sind sie nicht an irgendeinem punkt aufgestanden und sind gegangen als sie sich gedacht haben das wirkt irgendwie fishy das wirkt eigenartig was hier passiert ja das ist ja das das ist die frage die ich mir auch oft stellen weil ich bin bekannt ich glaube einer meiner größten stärken war immer meine offenherzigkeit meine ehrlichkeit auf leute zuzugehen lang mit leuten auch zusammen zu sitzen das war immer meine größte stärke aber auch schwäche zugleich weil diese offenherzigkeit diese offenheit diese ehrlichkeit man natürlich auch im negativen sinne ausnützen konnte und letztlich auch mehr geschadet hat ich habe versucht es oft revue passieren zu lassen diesen abend und das spannende dabei ist sieht man auch über die sieben stunden die können sie heute auch einsehen 24 hat im netz diese siebeneinhalb stunden veröffentlicht auch auch expresspunkt at das heißt jeder der sich das antun will kann sich das ansehen das war natürlich auch peinlich niemand möchte heimlich privat gefilmt werden und noch dazu nicht mit so einem peinlichen leiberl das ich an hatte noch dazu nicht unbedingt mit der passenden figur dazu ketten rauchend alkohol trinkend und ich sage auch da dort mit unangenehmen peinlichen gerüchten versehen die man dort erzählt hat in einem vermeintlich privaten rahmen aber ich glaube und bin davon überzeugt und das ist nicht nur meine überzeugung sondern das hat auch ein mittäter wie man heute weiß der nach meinem rücktritt sich als informant ausgegeben hat daher slawen krisic heißt der ist dann auch verurteilt worden wegen illegalen drogenbesitz ist dann auch eingesperrt worden der ist mittäter offenbar dieser gruppe und der hat sich nach meinem rücktritt als informant bei einem journalisten nämlich beim gert schmidt von der eu infodec gemeldet und hat ihm damals berichtet dass er als informant weiß dass man mir dort offenbar drogenliquid in das essen oder in das glas untergejubelt hat damit ich sozusagen auch in einem gewissen bewusstseinszustand geführt werde und man offenbar leichter getriggert werden konnte und wenn ich mir heute das video ansehe dann bin ich extrem aufgezogen ich weiß wie ich bin wenn ich alkohol trinke da bin ich eigentlich eher gemütlicher oder gemütlicher wie man bei uns in wien sagt und eher lümmelnd und nicht auf 1000 ich habe dort eine unglaubliche gestikulierung eine wie eine aufgezogenheit auch mit den händen permanent über meinem kopf wo ich mir denke das ist das ist ein typus so bin ich eigentlich nicht und ich kann mir das nur so erklären dass das was der informant und eigentliche mittäter damals dem journalisten erzählt hat wahrscheinlich stimmen muss dass man mir da etwas irgendwo ein beigemengt hat ein drogenliquid und das mich dann sozusagen noch in diese übersteigerte form gebracht hat ich sage in den sieben stunden auch interessanterweise immer wieder es reicht ich stehe jetzt auf ich gehe und werde dann immer wieder von meinem jahrelangen wegbegleiter johann kodenus quasi beruhigt nach dem motto bleibt da hat kommen und kommen bleibt da und uns jetzt gehen nicht und zum schluss gehe ich dann aber wirklich und bin auch schon aus der finca wie ich mir diese sieben stunden im nachhinein angesehen habe und stelle fest dass der johann kodenus mein langjähriger wegbegleiter der ja immer wieder nämlich über 30 mal im zuge des abends auch mit dem vermeintlichen weiblichen lockvogel da in die küche gegangen ist im nachhinein offenbar um sich abzusprechen oder die fragen vor zu besprechen denn die sind dann wie ich in dem sieben stunden video gesehen habe zurückgekommen und da hat sich gar keine russischen fragen gestellt sondern er gleich auf deutsch und das ist natürlich dann wenn man sich das im nachhinein ansieht doch sehr eigenartig und der hat am ende des abends die letzte dreiviertel stunde wo ich schon wieder einmal gehen wollte und auch hinaus gegangen bin und gesagt habe es reicht ich gehe jetzt hat er offenbar das sieht man auf dem video das rosa handy seiner lebensgefährtin vom tisch genommen und schaut ob ich nicht kann er dabei sieht und das in seine hosentasche gesteckt und versteckt wo dann seine frau gekommen ist und gesagt hat du heinz ich suche mein handy bitte hilf mir und wird dann dort über 30 40 minuten das handy gesucht haben weil er es versteckt hat also offenbar mit einem grund weil da dann die letzte szene in der küche mit ihm und dem weiblichen lockvogel gedreht worden ist und dass auch die einzige szene in den siebeneinhalb stunden aus der küche ist von den beiden obwohl die über 30 mal dort waren das ist schon alles sehr sehr eigenartig und sagt es wirft sehr sehr viele fragen auf wo man den eindruck hat das ist alles extrem nach einem regieplan dort abgelaufen und ich war einfach nicht stark genug diesen substanzen wie sagt die kraft zu entwickeln dort endgültig aufzustehen und zu gehen und habe mich immer wieder triggern lassen und immer wieder war ich in einer art wiederholung schleife und das ist das interessante dann im nachhinein wenn man das revue passieren lässt wie wir dann endlich weggekommen sind dort und im taxi gesessen sind weiß ich noch also das habe ich noch als wäre es gestern gewesen gesagt zu meinem jahrelangen wegbegleiter zum johann kodenos bringt mich nie wieder in so eine unglaublich fürchterliche beschissene situation das war ein entsetzlicher abend so was möchte ich einfach nicht mehr erleben und das war für mich auch sozusagen dieser endpunkt meiner erinnerung denn dann habe ich einen völligen blackout gehabt bin dann offenbar von johann kodenos und seiner lebensgefährtin abgesetzt worden in ibiser stadt beziehungsweise bei einem club wo ich noch bekannte getroffen habe und da kann ich mich dann an nichts mehr erinnern und sei in einem fürchterlichen zustand dann dort angekommen und ich glaube um sieben in der früh dann ins apartment wo meine mutter mit meinen großen kindern war die völlig entsetzt war in welchem zustand ich da gewesen bin und da habe ich interessanterweise nach dem treffen erst mein völliges blackout erlebt wo ich keinerlei erinnerungen mehr sie haben gerade schon die sie entlastenden aussagen und handlungen angesprochen ich habe hier zum beispiel artikel aus der welt neue sequenzen des ibiza videos aufgetaucht vom 21 8 2020 der artikel erschien also über ein jahr nachdem die videoausschnitte veröffentlicht wurden und geschrieben steht dort folgendes die nun aufgetauchte abschrift zeichnet jedoch ein anderes bild demnach sagte der ebenfalls in der villa anwesende hauptverdächtige in dem fall zu strache und seinem ehemaligen parteikollegen gudenos zitat schau sie die falsche oligarchin will hören ich bring 270 millionen innerhalb von so und so viel zeitraum bekomme ich das zurück und ihr bekommt das zitat ende der ex-vizekanzler also sie herr strache antwortet daraufhin zitat ja aber das spielt es nicht zitat ende weiter sagte strache demnach in dem abgehörten gespräch zitat no way mache ich nicht und bei mir nur gerade geschichten ganz gerade geschichten zitat ende dass strache das angebot des lockvogels ablehnte soll noch eine weitere textpassage der video abschrift zeigen darin antwortet strache auf die aussage dass rechtswidrige angebote im osten ja völlig üblich wären zitat nein nein aber jetzt sind wir ehrlich mit jedem anderen scheiß machst du dich angreifbar und ich will nicht angreifbar sein ich will ruhig schlafen ich will in der früh aufstehen und sagen ich bin sauber zitat ende auch den ehemaligen klubobmann der fpö johann gudenus könnte das material entlasten er sagte laut der abschrift dass zitat wir nichts illegales machen punkt zitat ende dreh und angelpunkt der ibiza affäre ist ja offensichtlich der wunsch ein großes medium hinter sich zu wissen ist mit der hochgradig selektiven und somit mindestens in teilen falschen veröffentlichung von zwei jahre altem videomaterial durch die leitmedien nicht gewissermaßen der beweis erbracht dass die medien gegen sie spielen und dass es legitim ist ein großes medienhaus hinter sich wissen zu wollen natürlich ich sage das ist ja im wahrheit ist es wie eine hitlertagebuch affäre oder eine relotius affäre die sich abgespielt hat der spiegel und die süddeutsche haben das wissen gehabt das gesamt konnte im gesamtkontext dieses illegalen dieser illegalen video falle gekannt zu haben und haben wieder besseres wissen weil es nicht in ihr bild gepasst hat auf drei minuten das manipulativ reduziert und haben damit letztlich den tätern und den auftraggebern auch gedient entgegen der wahrheit entgegen einer aufklärung entgegen eines investigativen aufklärenden journalismus hat man bewusst einen auftrag erfüllt nämlich ein falsches bild über mich zu erzeugen es hat nicht ins bild gepasst dass der strache nicht korrupt ist dass der sogar bei einer falle wo ihm 300 millionen euro angeboten werden sagt sie soll sich das geld ich weiß nicht wohin schieben ja nämlich wirklich auch deftige worte verwendet habe nach den laufenden wiederholungen das hat ihnen nicht ins bild gepasst heute weiß man es aber amtlich der video dokumentiert dass das so gewesen ist und das hätte aber das ziel ja nicht erreicht das ziel war strache muss weg strache muss vernichtet werden strache darf nicht mehr aufstehen und diesem ziel hat natürlich haben die journalisten gedient gemeinsam mit den tätern die amtsbekannte drogendealer auch sind und mehrfach vorbestraft sind und die als faunleite für das bundeskriminalamt aber auch für die österreichischen behörden und auch für die deutschen behörden tätig gewesen sind und nicht umsonst hat ja glaube ich auch schäuble gesagt es riecht schwer nach geheimdienst ich bin der extrem mächtigen kreisen nicht nur in österreich sondern auch auf europäischer ebene im weg gestanden ich habe jahrelang einen ehrlichen politischen erfolgsweg aufgebaut von erfolg zu erfolg wo wir begonnen haben sage ich ganz bewusst auch in österreich politische rahmenbedingungen zu verbessern und die haben auch in europa in diversen partnerschaften ihre verstärkung gefunden und eine gute zusammenarbeit und da waren wir mächtigen entorn im auge und da ist offenbar frühzeitig nämlich 2013 wenn nicht sogar noch früher das erkannt worden von mitbewerbern von gegnern von konkurrenten von personen die andere interessens lagen hatten die aber sicherlich auch die kapitalkraft und die struktur kraft gehabt haben müssen die dann gesagt haben dann müssen wir rechtzeitig eliminieren denn sonst wird er vielleicht noch österreichischer bundeskanzler das wollen wir aus diversen politischen gründen nicht und ich sehe heute da eine unglaubliche struktur wo man vielleicht da oder dort auch den eindruck hat das sind auch deep state strukturen als möglichkeit vorhanden die einen fassungslos machen meine letzte frage zur ibiza-affäre geht auf einen super chat von sky rider zurück vielen dank dafür wer steckt da eigentlich mit wem unter einer decke bei der romi gala am 11 april 2019 also über einen monat bevor die öffentlichkeit von der ibiza-affäre erfuhr schickte böhmermann eine videobotschaft mit folgendem inhalt der deutsche satiriker jan böhmermann erhält von der jury einen preis für eine programm idee er kommt nicht zur gala aber er schickt eine videobotschaft mit einer wenig charmanten begrüßung und einer damals nicht zu verstehenden drohen hallo liebe lipstick ladies sehr geehrte dumm hurenkinder liebe romi gäste hallo ostmark mein name ist dr jan böhmermann ich hänge gerade ziemlich zugekokst und red bull betankt mit ein paar fpö geschäftsfreunden in einer russischen oligarchen villa auf ibiza rum und verhandle darüber ob und wie ich die kronenzeitung übernehmen kann und die meinungsmacht in österreich an mich reißen kann aber darüber darf ich leider öffentlich nicht reden deswegen schon gar nicht heute abend darum sage ich einfach nur dank wieso wusste böhmermann schon fünf wochen vor veröffentlichung von dem video sie haben vorhin schon ein bisschen angesprochen dass da verschiedenste interessens gruppen hinter stehen können sie einen faden bis zu böhmermann ziehen naja der faden sagt die möglichkeiten für den faden sind zum teil nachvollziehbar und dann gibt es fakten für den faden also dass es auftraggeber gegeben hat das steht fest die offenbar auch eine kapitalkraft hatten so eine operation über so viele jahre hinweg mehrere millionen euro kosten muss alleine die planung und die ausführung ja auch kosten verursacht und so eine tätergruppe tut ja das nicht vom jahr 2013 bis zum jahr 2017 oder sogar 2019 wenn sie dafür kein geld bekommt das heißt die haben sicherlich laufend geld erhalten dann haben die sicherlich auch eine erfolgs provision erhalten und vieles mehr und da gibt es dann unterschiedliche möglichkeiten der auftraggeber ich sage es ganz bewusst wo ich in meinem buch die möglichkeiten aufzeige und fragen stelle die ich offen lasse aber früher oder später wird auch hier die wahrheit das licht der öffentlichkeit erblicken was kann man vielleicht festhalten ja es gibt eine enge zusammenarbeit zwischen dem falter und florian klenk und den süddeutschen journalisten obermeyer und obermeyer und auch der spiegel die haben offenbar hier gemeinsam hier auch im vorfeld nicht nur die informationen gehabt man weiß heute dass die täter wie julian hessenthaler und anwalt m auch alle möglichen parteien in österreich abgeklappert hatten man hat die sozialdemokratie aufgesucht den herrn trotz der den herrn kern wo sogar eine spö anwalt dabei war man hat denen diese video sequenzen käuflich angeboten man hat den neos das käuflich angeboten wo ja im hintergrund der große österreichische oligarch haselsteiner seine wesentliche rolle spielt man hat es der övp käuflich angeboten also es wussten offenbar einige parteien von entstehung weg im folge der monate darauf über diese manipulativ zusammengeschnittenen video sequenzen bescheid nur ich nicht und dann hat man offenbar über deutschland das aufbereitet über den verein politische schönheit über den dortigen anwalt der ja schon ich sage bekannt war ehemalige ddr-größen zu verteidigen den herrn eisenberg wenn ich jetzt den namen richtig in erinnerung habe und hat das aufbereitet und da kam ja dann auch immer wieder ins spiel dass 600.000 euro krugerrand münzen hier auch der tätergruppe übermittelt worden sein sollen und glaube ich müsste es eigentlich leicht sein für ein bundeskriminalamt wenn man aufklären will die spur der 600.000 euro krugerrand münzen ja zu finden denn so viele unternehmer in österreich aber wahrscheinlich auch deutschland wird es nicht geben die irgendwo offiziell 600.000 euro krugerrand münzen gekauft haben ja und darüber verfügen also das wäre ein leichtes und ich wundere mich ja auch bis heute dass der weibliche lockvogel diese oligarchen nicht gefunden wurde man hat ja fotos und bilder veröffentlicht es gibt einen internationalen haftbefehl also natürlich gibt es da auch nur zwei möglichkeiten entweder ist diese dame schon nicht mehr unter den lebenden und man hat sich dieser dame entledigt oder sie ist teil ich sage jetzt ganz bewusst einer geheimdienstlichen struktur die heute geschützt wird und die man gar nicht finden will und die vielleicht für irgendwelche behörden da gibt es dann unterschiedliche gerüchte für die 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 tätig sein soll auch und immer wieder aufträge hat solche operationen durchzuführen und dann hat diverse schönheitsoperationen vornimmt etc also da gibt es viele möglichkeiten aber diese ketten beschreibe ich zum teil in meinem buch und sind natürlich teilweise auch schon veröffentlicht worden und recherchierbar da hat halt der herr böhmermann einen guten kontakt hin gehabt und hat offenbar wochen zuvor in seiner ich sag künstlich lustigen ort die frage mich ja immer bis überhaupt möglich sein kann dass man den lustig findet ja ich finde den eher sehr sehr peinlich und unangenehm den menschen aber ich habe das damals gar nicht auf mich bezogen wie der dort diese sendung gehabt hat erst interessanterweise wie mein damaliger sicherheitsmann der polizist der nachweislich mit täter dieser ich sage jetzt ganz bewusst tätergruppe die die spesenkonstruktionen und das video ibiza video geplant haben war der hat mich darauf angesprochen der hat mir damals gesagt du hast du den böhmermann gesehen sag ich du hab das nur peripher mitbekommen warum und er sagt du der hat da von irgendeiner oligarchin und drogen und ibiza gesprochen und ich habe das auch gar nicht auf mich verbunden weil mit drogen hatte ich nichts zu tun da habe ich reines gewissen war dann ziemlich entsetzt und enttäuscht dass ich jahrelang so blind gewesen bin was meinen wegbegleiter jungen kotenus betrifft weil er das ich sage mir gegenüber offenbar auch nicht nur verheimlicht hat sondern mich auch angelogen hat und das einfach mir nie gesagt hat dass er da offenbar ein problem hatte und angreifbar ist und ja der hat eigentlich der der oliver r der ehemalige sicherheitsmann von mir mich darauf angesprochen und hat dann sehr kryptisch ganz eigen erzählt er hätte kontakt zu einem anwalt nämlich wie ich nachher später dann in erfahrung bringen konnte dieser anwalt m den österreicher mit persischen wurzeln der wiederum in der kanzlei lansky auch tätig gewesen ist und mein lansky ist ja auch ein begriff ich sage vertritt kasachstan da gibt es dann den aliev skandal in österreich der dann im gefängnis selbstmord gemacht haben soll und andere entwicklungen aber der hat diese situation damit dem anwalt erzählt und der anwalt hat er gesagt hätte ihm von sequenzen eines abends erzählt mit einer oligarchin und da bin ich dann stutzig geworden gedacht ich habe in meinem leben ein einziges mal eine vermeintliche oligarchin getroffen und das war viel besser und da habe ich mir dann gedacht komisch und habe mein erstes gefühl eigentlich dass ich damals auf ibiza schon hatte da stimmt was nicht da ist was nicht in ordnung das ist so übertrieben und so unecht und so falsch ja ich habe ganz bewusst auch das äußere bild der oligarchin dort ich sage kommentiert weil ich für mich den eindruck hat eine oligarchin die ist einfach viel gepflegter ja und die hat nicht solche ungepflegten nägel und andere merkmale und diese finca war ja in wahrheit auch eine sehr dürftige finca ich habe sie sogar in den sieben stunden darauf angesprochen warum wir ob sie da wohnt und sie hat gesagt nein nein ihre kinder sind in der villa wo sie wohnt und deshalb hat sie diese finca gemietet damit ihre kinder quasi erhoben und wir uns da in ruhe treffen können also die hatte zu überall zu allen möglichen themen oder dingen die man hinterfragt hat irgendein argument oder eine antwort und im nachhinein ist das natürlich alles extrem skurril gewesen im nachgang ihres aus bei der fpö nach der ibiza geschichte im am ende 2009 10 wurde dann ja die allianz für österreich gegründet die dann später zu team hc strache wurde und bei der wiener landtagswahl dann an der fünf prozent hürde gescheitert ist da hätte ich die frage wie bewerten sie das im nachhinein und war ein beweggrund für dieses vorgehen der fpö wehzutun aufgrund der mangelnde solidarität die aus dieser richtung kam nach ibiza also ich muss ihnen sagen das schlimmste war eigentlich das verhalten meiner langjährigen wegbegleiter man spricht in der freiheitlichen gemeinschaft auch von kameraden und wenn man jahrelange wegbegleiter hatte die war über 14 jahre parteiobmann und viel viel länger aktiv als funktionär das heißt manche haben mich ja seit meinem 16 17 lebensjahr begleitet und waren vermeintliche freunde und wegbegleiter die auch über 14 jahre oftmals etwas gebraucht haben von mir gewollt haben und ich immer eines gelebt habe nämlich für alle da zu sein und dann erlebt man so eine situation so eine falle so einen kriminellen hintergrund tritt auch in seiner verantwortung zurück um der gemeinschaft keinen schaden gegenüber zu verursachen um eine fortsetzung der regierung sicherzustellen die sebastian kurz ja mir damals versprochen hat er hat ja damals gesagt nur wenn ich aus allen funktionen auch zurücktrete verspricht er und garantiert er eine fortsetzung der regierung mein fehler war ihm aber auch meinen parteifreunden damals geglaubt und vertraut zu haben und das war ein fehler ich hätte nur als vizekanzler zurücktreten sollen und eben nicht als parteichef und klubobmann weil man hat sich an das versprechen nicht gehalten von seiten sebastian kurz und umgekehrt meine langjährigen wegbegleiter die ich auch aufgebaut hatte haben sich relativ rasch an mir nicht nur abgebotzt sondern haben nachgetreten mich verleumdet mich auch sogar versucht mit verleumtungen also so was anzuschütten dass man fassungslos war waren für mich nicht mehr reichbar hatten mir zuvor alles mögliche zugesagt dass sie mich nicht im stich lassen werden und meine anwaltskosten sicherstellen werden bis hin zu einem beratungsvertrag und also alles mögliche wo nichts eingehalten worden ist und dass ich dann einfach menschliche abgründe aufgezeigt haben und das war natürlich für mich eine unglaubliche lebens zäsur wo ich dann festgestellt habe eigentlich sind nur ganz wenige menschen und vor allen dingen jene menschen die nie etwas von mir wollten dann für mich da gewesen und alle anderen die jahrelang also immer um mich herum geschwürt sind immer etwas wollten ich immer für sie da war eigentlich weg gewesen sind und dann noch sich so verhalten haben und das war irgendwie wie wenn man der freiheitlichen gesinnungsgemeinschaft nicht nur den kopf die seele sondern auch das herz herausreißt wie man sich da verhalten hat und mit diesem ausschluss ist meine feste überzeugung hat man der freiheitlichen partei einen massiven partei schaden zugefügt und dieser schaden und dieser umgang hat viele menschen vor den kopf gestoßen und ich stand dann plötzlich völlig alleine da und aus dieser situation heraus ja war das vielleicht auch eine trotzreaktion oder auch eine kurzschlussreaktion aber ich wollte nicht aufgeben ich wollte nicht ich sage da alleine zurückbleiben gegenüber solchen kriminellen machenschaften die sich nicht durchsetzen dürfen und ich bin immer ein mensch gewesen der gesagt hat aufgeben durch nur einen brief ich bin ein kämpfer und egal ob man auch mit dem rücken zur wand steht ich habe immer als gerechtigkeitsfanatiker für einen klaren weg und auch für die wahrheit gekämpft und gestritten und habe gesagt das muss ich weiter tun und habe damals in dieser situation ohne geld ohne struktur ja es auch versucht mit meiner gesinnung die ich immer in mir getragen habe und auch politisch immer gelebt habe der ich ja weiterhin treu bleibe diese auch sicherzustellen weil ich sie durch meine nachfolger nicht mehr sichergestellt gesehen habe das verhalten war teilweise so charakterlos so empathielos so unfassbar dass der politische gegner nicht anders handeln hätte können und das hat mir eigentlich aufgezeigt dass bei so einem verhalten meine nachfolger den freiheitlichen weg mit den idealen wie ich ihn jahrelang aufgebaut und möglich gemacht habe nicht mehr fortsetzen da geht es nicht mehr offenbar um dieses sozialbewusstsein um dieses heimatverbundene element wo sozialbewusstsein ein ganz ein wesentliches element ist empathie soziale intelligenz bürgernähe ja sondern wenn man dann somit den eigenen ich sage es wieder bewusst unter anführungszeichen familienmitgliedern umgeht und die nicht nur so im stich lässt sondern nach tritt sie auch verleumdet teilweise sogar lügen gezielt verbreitet hat um offenbar meine position einzunehmen und ganz gierig und geil zu sein meine position zu übernehmen und alles zu unternehmen dass das denkmal strache zerstört wird dass der nach möglichkeit vielleicht sogar eingesperrt wird und nie wieder politisch aufsteht damit uns gar nicht mehr gefährlich werden kann also das sind schon abgründe wo man sich eigentlich ja wundert und und natürlich das verarbeiten muss aber ich sage jedes ende jede enttäuschung ist das ende einer täuschung und das bietet auch wieder viel klarheit ich habe viele ehrliche oder wenige aber dafür ehrliche freunde jetzt kennengelernt ich habe viele neue kennengelernt und gerade in zeiten wo man ich sage jetzt ganz bewusst fast am boden liegt und kämpft sich neu aufzubauen da lernt man viele ehrliche menschen kennen die haben jetzt keinen vorteil wenn sie mich treffen und sind sehr liebenswürdig und herzlich und und da bin ich jedem dankbar also da hat sich auch viel positives neu entwickelt und es sagt dort wo sich dann türen schließen öffnen sich neue und mit diesem positivismus gehe ich immer in die welt gleich mit welchen schwierigkeiten das verbunden ist und sie haben sicherlich mitbekommen zweieinhalb jahre verfahren anschuldigungen verleumdungen anpassungen anonyme anzeigen hausdurchsuchung handy beschlagnahmung dann anwaltskosten die entstehen erstes verfahren wo ich wegen einer 2000 euro parteispende im jahr 2016 in der opposition verurteilt worden bin wo man sich nur auf den kopf greifen kann weil man hergegangen ist und gemeint hat die 2000 euro seien der antrieb gewesen für einen antrag wo sogar die justiz feststellen musste der ist korrekt und der wollte missbrauch abstellen aber man mir unterstellt hat obwohl das ein korrekter antrag war der missbrauch abstellen wollte dass ich das nicht gemacht habe um den missbrauch abzustellen sondern aufgrund von 2000 euro parteispende also das ist so absurd dass man dann auch fassungslos ist und dafür bin ich nicht rechtskräftig 15 monate verurteilt worden aber das ist so lebensfremd ich meine ich glaube ich brauche niemanden erklären dass man wahrscheinlich nicht einmal im kleinkortenverein für 2000 euro spende eine statutenänderung bekommt ja aber es vermittelt den eindruck es geht nur darum irgendwo einen langjährigen nachhaltigen politiker der hat eine systemstruktur aufgebrochen hat irgendwie weiter zu verfolgen und das frisst natürlich einen auf da entstehen tausende euro jedes monat kosten auch wenn man günstigere pauschal gebühren bekommt für die verfahrens unterstützung aber ich sage jetzt um 3000 4000 euro monatlich plus mehrwertsteuer zu zahlen zu können für verfahrenskosten müssen sie das doppelte verdienen und da haben sie noch nichts gegessen noch keine miete gezahlt ihr habt es über zweieinhalb jahre mit meiner mit meinem neuen unternehmer auch zustande gebraucht das war schon eine herkules leistung aber jetzt bin ich das erste mal an einem punkt angelangt wo ich wirklich zu kämpfen habe weil die staatsanwaltschaft mir die letzten ersparnisse einer lebensversicherung und eines sparguthabens sichergestellt und eingefahren hat man kann das auch als überschießend bezeichnen und man mir damit auf einmal meine verteidigungsgrundlage genommen hat denn dieses geld habe ich eigentlich für das berufungsverfahren zum prikrafverfahren wo ich nicht rechtskräftig verurteilt wurde den anwälten verpfändet und zugesagt gehabt und auf einmal stand ich da und hatte keinerlei budget diese verteidigungskosten sicherzustehen und das war auch der verzweifelte aufruf den ich gemacht habe vor einigen tagen wo ich wirklich auch jedem einzelnen bürger und da gibt es so viele liebenswürdige herzliche menschen danken möchte die mir da geholfen haben und das ist überhaupt keine selbstverständlichkeit da bin ich ja auch mit heme und mit beleidigungen und mit hass konfrontiert gewesen weil ich um anwaltliche hilfe und unterstützung ersucht habe öffentlich das haben die medien auch gleich wieder verdreht und anders dargestellt auf einmal war es der strach ist pleite und er braucht spenden für sein eigenes leben was ein schwachsinn ist sondern brauchst für die anwaltliche verteidigung für mein leben kann ich schon selbst sorgen aber du kriegst ja keine kosten zurückerstattet wenn du überall freigesprochen wirst wenn alle verfahren eingestellt werden nach jahren und das kann ja noch zweieinhalb jahren verfahren jetzt kann das noch weitere vier fünf jahre dauern du kriegst keinen cent zurück und ich kann ihnen sagen ich habe schon über 200.000 euro nur an verfahrenskosten die letzten zweieinhalb jahre selbst verdient und eingezahlt und da kann man sich ausrechnen was für eine belastung das für einen bürger bedeutet der völlig alleine ist der kastruktur hat keinerlei unterstützung hat in dieser sie wurden als vizekanzler ja auch mal zur bilderberger konferenz eingeladen diese einladung haben sie abgelehnt mit der begründung dass sie als vizekanzler ausschließlich den österreichischen staatsbürgern verpflichtet seien nicht aber irgendwelchen globalen eliten zirkeln wie einflussreich diese auch immer sein mögen welche rolle will ich daher fragen spielen solche gesellschaften oder solche elite clubs in der politik schauen sie das ist ein interessantes thema denn wir hören ja jeder von uns immer wieder von sogenannten verschwörungstheorien und dann kommt man vielleicht auch darauf dass das gar keine verschwörungstheorie ist sondern dass es vielleicht auch dort doch eine praxis gibt und das war für mich schon ein interessantes erlebnis denn als ich vizekanzler geworden bin hat dann eine österreichische botschafterin im büro des vizekanzleramts angerufen hat einen mitarbeiter erreicht hat diese mitarbeiter damals mitgeteilt dass der herr vizekanzler eingeladen ist zur kommenden bilderberger konferenz in die schweiz und sie bitte eine ab oder zusage erwartet der mitarbeiter ist dann zu mir ins büro gekommen gesagt du lieber chef du hast eine einladung bekommen zur bilderberger konferenz ich soll ab oder zusagen was machst du und ich bin damals gesagt der mitarbeiter du weißt überhaupt was die bilderberger sind der gesagt hat keine ahnung habe ich gesagt dann setzt dich einmal zu deinem computer gibt es ein auf google druckte das aus liest ihr das durch und kommt dann wieder ist dann gekommen und war also ganz aufgeregt und nervös und hat gesagt ja also hat das gelesen und das ist ja schon interessant und ein wahnsinn und was jetzt meine antwort sein wird und ich habe gesagt es gibt jetzt zwei möglichkeiten es gibt die möglichkeit dass ich zusage dass ich an dieser bilderberger konferenz teilnehme dann natürlich auch weiß wer dort noch eingeladen war wer dort noch teilnimmt und dann natürlich auch weiß was vielleicht dort inhaltlich diskutiert wird und was man sich vor allen dingen von den dort vorhandenen politikern und persönlichkeiten erwartet und welche vorgaben es gibt es wäre durchaus einmal interessant gewesen in diesem internen zirkel wo man immer von einer verschwörungstheorie gehört hat in der praxis zu erleben wie es dort wirklich abläuft und es war so ein punkt einer erwartungshaltung im vorfeld des migrationspaktes wo ich mir gedacht habe das könnte wahrscheinlich dort der fall sein ein thema sein dass man dann mir vorgibt sich vorzustellen dass man dem zuzustimmen hat und das würde zutiefst gegen meine überzeugung sprechen und ich hätte dem auch nie stattgegeben und ich habe daher sehr klar meine mitarbeiter damals gesagt sage ab für mich ist es eine bestätigung dass das real ist dass es diese treffen gibt dass man dort offenbar vorbesprechungen zu diversen inhaltlichen themen vollzieht und dass man wahrscheinlich auch wahrscheinlich vorgaben gemeinsam dort definiert und die sich dann alle halten in der umsetzung und ich habe dann gesagt bitte sage ab aber bitte sagt vorher der frau botschafterin wir wollen eine schriftliche einladung und das hat er dann auch versucht dann als antwort als antwort erhalten es gibt keine schriftliche einladung sondern nur eine mündliche und sie möchte eben wie gesagt eine ab oder zusage und ich habe dann gesagt sagt bitte ab ich möchte dort nicht hin ich möchte auch nicht in eine situation kommen wo ich erpresst werden kann ich bin ja meiner eigenen bevölkerung verantwortlich und verpflichtet und ich lebe meinen politischen weg und ich lasse mich gar nicht in so eine spirale hineinbegeben und das ist ja dann auch interessant gewesen denn dann ende des jahres 2018 hat sich ja das mit dem migrationspakt zugespitzt und die övp und sebastian kurz wollten ja diesem migrationspakt zustimmen und das war wirklich spitz auf knopf weil das eigentlich für die övp feststand den zustimmen zu wollen und ich habe bis zum schluss gepokert weil ich sage die sturheit der övp mir damals bekannt war und ich habe dann in der immer mehr in einer zuspitzung dem sebastian kurz sehr klar gemacht dass es das mit mir nicht geben wird dass es mit mir keine zustimmung geben wird dass das für mich ein wählerverrat wäre und dass ich gegebenenfalls wenn er dem migrationspakt zustimmen will ich auch das ende der regierung erklären werde und in neuwahlen gehe und das was das hat ihn so fassungslos gemacht damals dass er sprachlos war und auch mir die frage gestellt hat ob ich das ernst meine ich meine das also wirklich todernst denn für mich ist das einfach inakzeptabel und das würde auch dem regierungsprogramm und all meinen grundsätzen widersprechen und so habe ich ihn eigentlich so unter druck setzen können dass er dann nachgegeben hat und wir nicht dem migrationspakt zugestimmt haben er war nicht beim ministerrat er hat damals als bundeskanzler an diesem ministerrat wo das abgelehnt worden ist nicht teilgenommen da hat er mich in seiner vertretung quasi als kanzler eingesetzt ich habe dann dass den migrationspakt ja nicht zugestimmt habe das auch der öffentlichkeit präsentiert was bei über 85 prozent der österreichischen bevölkerung sehr sehr wohlwollend und positiv vorangekommen ist und das spannende war dass es dann ein paar wochen später einen besuch von soros senior und junior im bundeskanzleramt bei sebastian kurz gegeben hat und ich werde es deshalb nicht vergessen weil er mich im zuge dessen auch angerufen hat und mich gefragt hat ob ich ein problem damit hätte wenn der herr soros senior oder junior jetzt bei ihm zu gast sind und ich habe ihm damals am telefon gesagt überhaupt kein problem damit ja hängt nur davon ab was die über mich reden das habe ich natürlich nie erfahren was die über mich gesprochen haben aber ich gehe davon aus dass da die ablehnung des migrationspaktes wahrscheinlich ein thema gewesen sein könnte und das ihnen gar nicht behakt hat und ich habe auch erlebt dass nachdem ich den verhindert habe wenn man so will der schalter in der regierung umgelegt wurde und das war dann ab jänner massiv spürbar wo die övp aber auch diverse medien eine zuspitzung gelebt haben in der koalitions auseinandersetzung man plötzlich dinge zugespitzt hat wie ein ratten gedicht oder auch völlig an den haaren herbeigezogene konfliktsituationen zum thema identitäre und andere blödheiten die überhaupt nicht irgendwie einen konfliktstoff geboten hatten also das war es künstlich inszeniert nach dem motto man sucht etwas um eine koalitionssukzessive zu sprengen eine spannung aufzubauen bis dann zu diesem höhepunkt dieses drei minuten zusammengeschnittenen manipulativen ibiza videos das dann den platzschuss sozusagen des platzens der regierung sicherstellen hat soll und ja es war auch ein zeitpunkt wo man wissen muss dass im herbst 2019 ein doppelbudget geplant gewesen wäre und ich in den regierungsverhandlungen sehr sehr strikt und konsequent viele viele freiheitliche kernthemen hinein verhandelt habe also nicht nur grenzschutz und was illegale asylaufnahmen betrifft da konsequent die auch wieder abzuschieben sondern auch im sicherheitspolitischen bereich bis hin zur abschaffung der zwangsgebühren beim österreichischen rundfunk bis hin zur reduktion der zwangsgebühren bei der wirtschafts- und arbeiterkammer wo die zwangsmitglieder deutlich bei den mitgliedsbeiträgen eine reduktion erhalten hätten sollen entlastungen für die kleinen und mittleren einkommensbezieher im steuerlichen und 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 lohn und gehaltsbereich mindestpension von 1200 euro netto bei allen menschen die über 40 jahre gearbeitet haben das war alles in diesem programm und hätte im herbst 2019 in diesem doppelbudget sichergestellt werden müssen und ich habe eines gespürt das war nicht das wollen der övp und das hat daher mit dem video auch im mai 2019 sehr gut ins konzept gepasst mich loszuwerden die regierung zu sprengen damit man diese wesentlichen anderen punkte nämlich auch verbot des politischen islam auch den hatte ich hinein verhandelt und er hätte im herbst 2019 kommen sollen dass sie dass die övp sich dann an das nicht mehr halten musste und letztlich von diesen zusagen sich befreit hat mit dieser ich sage mit diesem putsch ja gegen meine person als vizekanzler und gegen den koalitionspartner der damals stattgefunden hat anders kann man es nicht erklären das war in wahrheit ein staatsstreich der von langer hand geplant war und eine langjährige operation der die dort hingeführt hat sie haben gerade schon den migrationspakt angesprochen ich vermute meine frage geht in genau die gleiche richtung ich habe das jetzt schon zwei personen gefragt die in der politik aktiv sind beide male war die antwort für mich nicht so richtig befriedigend vielleicht können sie mir helfen 2010 sagte merkel multi kulti sei gescheitert absolut gescheitert sogar man habe sich bisher in die tasche gelogen aber mehr und mehr werde offenbar dass das mit dem zusammenleben nicht so funktioniere wie linke idealisten sich das vorstellen würden fünf jahre später fünf jahre später zeichnet sie dann verantwortlich für einen rechtsbruch der bis heute fortbesteht und der es möglichst vielen menschen aus möglichst fernen ländern ermöglicht hier einzureisen und zu leben wie es ihn beliebt woher kam dieser sinneswandel ist er genau solchen treffen wie den bilderberger zu verdanken naja da ich nicht dort war kann ich es natürlich nicht aus erster hand bestätigen aber ich kann es annehmen und vermuten und ich habe auch viele persönlichkeiten in meinem leben getroffen die mir gegenüber zumindest behauptet haben bei solchen treffen gewisse themen und auch vorgaben erlebt zu haben also es spricht schon einiges dafür dass es da durchaus auch ich sag eine globale politische netzwerkstruktur gibt wo gewisse themen vereinheitlich definiert werden die dann sozusagen von den dort anwesenden auch in der umsetzung mitgetragen werden das ist schon etwas was sehr offensichtlich offenbar der fall ist und ja der migrationspakt damals war so ein thema den eindruck hatte man ich meine multikulti ist ja längst gescheitert und ich meine schauen wir uns in der geschichte der vielvölkerstaaten quer durch den planeten an dass eigentlich jeder vielvölkerstaat irgendwann einmal diese spannungen auch hatte und daran zerbrochen ist und ich sage wir sind alle keine ausländer feinde wir sind alle ich sag menschen die unterschiedlichste kulturen schätzen respektieren ja und ich sag immer der victor frankl hat das eigentlich sehr schön auf den punkt gebracht hat einmal gesagt es gibt nur zwei rassen von menschen anständige und unanständige und natürlich kommt es auf die anständigen menschen an die man auch bei sich haben will und natürlich wissen wir dass jedes land auch natürlich in einer globalen welt eine gewisse zuwanderung hat aber der staat muss definieren wen lässt dazu wen stellt er sich vor herein zu lassen welche vorgaben hat er nämlich dass man natürlich die jeweilige landessprache zu erlernen hat dass man sich integriert und die sitten gebräuche die werte die kultur des jeweiligen gastlandes nicht nur schätzt und respektiert sondern auch annimmt wenn man dort leben will und auch weiter führt und nicht abstößt und ablehnt und bekämpft und ich sag jetzt versucht einen kulturkampf hier stattfinden zu lassen diese ganzen vorgaben gilt es zu definieren und zu erfüllen und das habe ich immer versucht dass menschen die fleißig arbeiten die steuern zahlen die sich eben integriert haben die die landessprache erlernt haben die sich an die gesetze halten da hat ja kein vernünftiger mensch ein problem damit ja ein problem hat man dann wenn kultur ferne zuwanderung stattfindet von menschen die überhaupt keinen integrations willen haben die hier parallel gesellschaften und gegengesellschaften entwickeln wo ein kultur ja auch ein sozial konflikt entsteht ja weil sie dem sozialstaat auf der tasche liegen und überhaupt keine leistungsbereitschaft haben illegal zu uns kommen und keine konsequenz daraus entsteht und kein abschub ja das ist ja alles ein wahnsinn und ich glaube dass da viele menschen und das hat jetzt nichts mit links oder rechts zu tun das hat mit einem normalen denken zu tun ja eigentlich kein verständnis mehr für solche entwicklungen haben und was dabei der frau merkel passiert ist also das kann ich nur es mir so erklären das ist so ein unglaublicher sprung also zuerst scheitern von multikulti und dann auf einmal die multikulti massenzuwanderungsvertreterin nach dem motto wir schaffen das also gar nichts war da zu schaffen sondern ich muss einfach festhalten das ist gut dass gestern die frau merkel aber auch daher kurz zurückgetreten und abgetreten sind die frau merkel hat es ist sicherlich in ihrer amtszeit eine politikerin gewesen eine unglaubliche macht hatte in deutschland in europa aber die mit ihrer politik die in wahrheit einen beitrag dazu geleistet hat deutschland kaputt zu machen und deutschland ich sage in eine richtung zu führen wo deutschland aber auch europa sich abschafft und ich sage ganz bewusst ich will nicht dass europa sich abschafft ich will keine abschaffung des europäischen abendlandes erleben sondern ich will eine rettung dieses abendlandes erleben und da merkt man schon in der politischen auseinandersetzung der letzten jahrzehnte wie da zwei unterschiedliche politische welten in europa aber auch global aufeinander prallen die einen die multikulti fanatiker die oftmals im geschützten bereich leben und das natürlich lustig ist wenn man zum nobel griechen essen geht oder zum nobel türken und dort und da aber wenn man halt sozial schwach ist und in einem sozialen wohnbau lebt und daneben nachbarn hat die ich sag ja einem vielleicht gewalttätig bedrohen oder oder lärmbelästigung leben oder ich sag vielleicht irgendwo in der waschküche tiereschächten und andere dinge sich abspielen und die kinder nicht mehr sicher im hof spielen können dann schaut multikulti plötzlich ganz anders aus und so gesehen glaube ich schon dass da eine eine vorgabe irgendwo auch in diversen zirkeln auch stattgefunden hat und ich meine wir wissen ja auch um die auseinandersetzung rund um george soros der ja da ein verfechter ist und ein philanthrop für sich selbst bezeichnet und der jahrhunderte millionen in diverse vereine und strukturen und stiftungen investiert die für diese migrationswelle nach europa eintreten das war ja auch der grund warum der israelische ministerpräsident benjamin netanyahu in immer wieder sehr sehr offen kritisiert hat aber auch der ungarische ministerpräsident victor orban und andere und das hat nichts mit antisemitismus zu tun es ist völlig gleichgültig wer welche religion hat es geht dann um die position was jemand politisch unterstützt und das was dazu george soros da politisch unterstützt hat das ist einfach politisch abzulehnen und auch sichtbar zu machen und ich glaube was wir jetzt erleben auch angesichts von corona die grundrechte freiheitsrechte beschränkt werden und man sukzessive eine entwicklung in eine sehr gefährliche autoritäre gesellschaft erlebt da findet ja still und heimlich ohne dass wir medial was mitbekommen jeden tag der illegale grenzübertritt von tausenden menschen statt die dort quasi empfangen werden und dann in österreich oder in deutschland aufgenommen werden und ich sage diese problematik weiter sich zuspitzen wird und das ist keine gute und gesunde entwicklung welche großen staatsmänner haben sie als vizekanzler so kennengelernt und wer hat da einen bleibenden eindruck hinterlassen oder sie vielleicht auch überrascht also ich sage jetzt bewusst nicht staats also ich sage jetzt nicht regierungsmitglieder bei staatsmann ist oftmals auch gleich regierungsmitglied ich sage tolle interessante politische persönlichkeiten aus unterschiedlichsten ebene ja auch staatsmänner und staatsoberhalter wie viktor orban also viktor orban war sicherlich für mich einer der interessantesten prägendsten persönlichkeiten der unglaubliches auch für umgang geleistet hat aber auch für europa in seiner sehr klaren position illegale zuwanderung in die europäische union zu verhindern und der für ungarn sehr viel ich sage im wirtschaftlichen bereich in der entwicklung des landes zustande gebracht hat eine unglaublich interessante und tolle persönlichkeit die mich sehr beeindruckt hat und wo ich eine sehr sehr gute partnerschaft mit ihm auch leben durfte und aufbauen konnte auch was die europäische zusammenarbeit betrifft wir standen ja knapp davor im rahmen der europawahl 2019 ich war ja ein paar wochen vorwärts im rücktritt bei ihm und wir standen ja knapp davor auch eine europapartei mit einer großen neuen europafraktion letztlich in umsetzung zu bringen ich bin davon überzeugt das wird aber demnächst auch gelingen denn diese definitionen werden weitergehen und ich habe natürlich mit ich habe republikaner kennen gelernt in den usa die hochinteressant gewesen sind interessante persönlichkeiten ich habe den russischen präsidenten putin kennengelernt der eine unglaubliche charismatische persönlichkeit ist und mit dem ich tolle gespräche halten und haben durfte ihn auch im rahmen der hochzeit von der karin kneißler von einer privaten ebene auch einmal sehen und erleben durfte und der eine unglaubliche spannende art auch hatte ich habe einen israelischen minister dessen namen nicht jetzt bewusst nicht nenne kennenlernen dürfen in einem privaten rahmen wo wir sehr sehr gute und interessante und 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 positive gespräche auch hatten ich habe einen mit einem gerd wilders der ein ja auch eine ein bunter vogel wenn man so will ist der europäischen patriotischen bewegung aber der sich nie ein blatt vor den mund genommen hat ja so viele interessante persönlichkeiten dass man das natürlich endlos fortsetzen könnte und ich will da niemanden beleidigen oder verletzen den ich nicht erwähnt habe da gibt es tolle menschen und tolle persönlichkeiten die natürlich auch oftmals im visier stehen für ihre meinungen die sie vertreten so wie henrik m broder und andere die aber zum glück den mut haben ihre meinung zu artikulieren oder auch wie ihr von becci und viele andere die natürlich oftmals dann auch mit einem unglaublichen hass konfrontiert sind weil sie im sinne der meinungsfreiheit ihre meinung artikulieren auch gerade schon gesprochen von einem möglicherweise versuchten autobomben attentat auf sie es gab dann noch dieses feuer ungeklärten ursprungs diesen sommer also kurz vor dem untersuchungsausschuss über ibiza ich würde sie da gerne fragen denken sie dass man ihnen da nach dem leben getrachtet hat oder immer noch trachtet und wenn ja aus welcher richtung denken sie kommt das wissen sie nach all dem was ich erlebt habe schließe ich gar nichts mehr aus denn so viele zufälle kann es nicht geben doch 2013 eine eine ein auftraggeber eine kriminelle struktur die jahrelang an meiner seite eingeschleust mir fallen stellt abherfähige einrichtungen montiert mich illegal in eine falle lockt und aufnimmt mir drogen unter jubeln will mir rechnungen unter jubeln will manipulativer art bis hin zu dieser autobomben geschichte wo ich vizekanzler gewesen bin und man mich nicht informiert hat ich habe das über einen zufall damals über eine anwaltliche bande quasi erfahren wo über eine über einen anwalt und über einen bekannten des anwalts der dann an mich herangetreten ist und mir erzählt hat du weißt du eigentlich dass da ein radikaler islamist festgenommen worden ist der eine autobombe beauftragt hätte gegen dich vorzunehmen um 200.000 euro mit anschaffungskosten von 8.000 euro für die autobombe aus albanien was dann auch passiert sein soll der da im 12. bezirk in dieser moschee aus und eingegangen ist wo auch der spätere wien attentäter der dann menschen ermordet hat im rahmen seines derrohanschlags aus und eingegangen ist oder auch ein anderer islamist wie der mahmoud mohammed der schon im jahr 2008 einen mordanschlag auf mich geplant hatte nämlich mich mit einem schwarbschützengewehr am viktor adlermarkt mit einem kopfschuss liquidieren zu wollen und andere wahnsinnigkeiten also da sind so viele dinge passiert dass ich auch bei diesem autobomben attentats plan weiß aufgrund von akten niederschriften über 86 seiten dass unser privat auto beschattet worden ist über monate nämlich von juni 2018 bis dezember 2018 wo man hingefahren ist wo man geparkt hat dass man vielleicht vergessen hat das auto zuzusperren und daher das anbringen einer autobombe relativ leicht ist also da ist offenbar monatelang im sinne einer operation einmal alles aufgenommen beobachtet worden bis man dann eine entscheidung getroffen hat und im nachhinein habe ich fast schon den eindruck man hat unterschiedliche pläne gehabt und sich dann doch nur für das ibiza attentats video entschieden und zum glück nicht für andere mechanismen und ich sage ich kann so viele wahnsinnigkeiten die ich da erleben musste gar nichts mehr ausschließen wenn man da dann drei tage einmal nach kroatien auf urlaub fährt und bei einem bekannten auf dem boot ist und dann auf einmal erlebt dass dort ein generator ein stromgenerator aus dem heiteren himmel zum brennen anfängt also so viele zufälle im leben zu haben also ich glaube ich kann mehrere bücher schreiben kann schon auch zufall sein aber bei so vielen zufällen muss man davon ausgehen dass das eine oder andere vielleicht doch etwas zugefallen es ist wo vielleicht doch etwas dahinter steckt etwas konkret zur lage in deutschland wegbekommen ist ja wahrscheinlich die ampelkoalition wie sehen sie da die chancen für die afd sich als die einzige wirkliche opposition zu positionieren und was denken sie wie die märz cdu also die wahrscheinlicher kommen wird oder wenn sie kommen wird was für eine rolle die da spielen wird als gegenspieler der afd als schein gegenspieler dieser ampelkoalition des linken kurses oder als tatsächlicher gegenspieler wie sehen sie das zum einen die cdu und csu ist in wahrheit politisch ich sage am abstellgleis das was merkel gegenüber deutschland angerichtet hat und den schaden der da angerichtet worden ist der ist dieser cdu und csu zu verdanken und teilweise wird das noch gesteigert wenn immer teilweise manche persönlichkeiten anschaut die deutsch im gespräch sind und auch vor allen dingen diese inhaltliche degeneration die man dort auch feststellen muss das hat ja mit konservatismus nichts mehr zu tun das ist ja auch der grund warum seit vielen jahren viele konservativ denkende menschen ja ob das jetzt gauland war oder andere persönlichkeiten betrifft bis hans-georg maaßen und andere irgendwo sich dort ja auch nicht mehr wirklich beheimatet gefühlt haben aber genauso auch bei der sozialdemokratie nicht oder genauso auch bei der fdb bei der der freien demokratischen partei deutschlands nicht wo jetzt der lindner hergegangen ist und die wahrheit alle liberalen freiheitlichen grundsätze über bord geworfen hat wo er auf einmal sich für eine impfpflicht und ich sage das ist doch schrägstrich gleich impfzwang staatlicher ausgesprochen hat also damit stößt er ja wirklich jeden freiheitlich denkenden wähler endgültig vor den kopf und so gesehen glaube ich dass bei all diesen entwicklungen jetzt eine sichtbar wird dass die alternative für deutschland in wahrheit die einzige wirkliche oppositionskraft ist die sich hier von allen anderen auch wohltuend unterscheidet wichtig ist aber glaube ich dass die AfD es schafft ich sage im bereich der sozialen politischen fragen mehr kompetenz zu entwickeln sich nicht nur monothematisch auf ein paar themen nur ausgerichtet ich sage das zuwanderungsthema ist ein extrem wichtiges thema das zukunftsthema demografiepolitik untergang unserer gesellschaft dass wir vielleicht zur minderheit in der eigenen gesellschaft werden dass wir in den städten schon muslimische mehrheiten bei den sechs bis zehnjährigen haben und was das bedeutet in wenigen jahrzehnten wenn wir das nicht ich sage im sinne einer guten integration und erinnerung der migrations- und zuwanderungspolitik wenn wir das nicht in den griff bekommen zu fremden in der eigenen heimat werden das ist schon eine essentielle frage die jetzt anzusprechen und zu verändern sein wird aber es braucht daneben die sozialpolitischen fragen die wirtschaftspolitischen fragen ja die so extrem wichtig sind und die man auch stärker in den fokus stellen muss damit man auch wirklich eine alternative wird in die mitte der gesellschaft hineingehend und ich glaube ist die einzige chance und der einzige anspruch etwas verändern zu können impfzwang in österreich soll das jetzt ja tatsächlich im februar kommen dass wir hohe geldstrafen oder eine vierwöchige gefängnisstrafe dafür haben werden sich nicht impfen lässt und sogar bei den boostern soll es noch eine geldstrafe von über 1000 euro geben wenn man sich dem verweigert was denken sie was die machthaber damit bezwecken also geht es darum volkserziehung geht es um einfach nur den machtausbau auf seiten des staates geht es um das piesacken der opposition von den leuten die dem staat und den medien misstrauen oder herrscht da eine wirkliche angst vor corona vor will man da wirklich leben schützen jetzt muss ich einmal zwischendurch vorher die gelegenheit nützen zwei lieben freunden die regelmäßige seer und hörer von euch sind zu grüßen weil das ist mir ein anliegen nämlich zwei bundesbrüder von mir nämlich den gervin und den max liebe grüße an euch ich hoffe ihr seid jetzt da wieder live dabei jetzt zur beantwortung der frage vielleicht noch einmal bitte um präzisierung noch einmal bitte um präzisierung weil ich möchte jetzt selbst das auch präziser beantworten kann ich noch einmal eine präzisierung also die frage ist was ist das leitmotiv der leute der machthaber die momentan auf die impfpflicht hindrängen warum machen sie das naja ich habe fast den eindruck um vom scheitern ihrer eigenen politik einerseits abzulenken es braucht ja immer einen schuldigen und somit ist der ungeimpfte der schuldige und der ungeimpfte ist auf einmal derjenige der die der auslöser der pandemie ist nur die pandemie der ungeimpften und solche schwachsinnigkeiten sind ja da verbreitet worden denn ich sag logisch ist das alles nicht mehr logisch ist das alles nicht nach medizinisch ist es nicht mehr klar wir wissen heute dass gewisse vorgaben die uns die politikvereinführung der unterschiedlichsten impfstoffe aber vorwiegend mRNA impfstoffe dargelegt hat dass es geheißen hat damit wird man geschützt sein das heißt wer sich impfen lässt der hat einen schutz corona nicht mehr erhalten zu können niemanden anstecken zu können und daher auch keinen krankheitsverlauf zu bekommen heute wissen wir das stimmt nicht du hast einen impfstoff vielleicht sogar zweimal vielleicht sogar dreimal erhalten vielleicht sogar in zukunft wie man sich das jetzt sozusagen vorstellt oder die menschen da in einen druck hineinbringen will alle vier fünf sechs monate sich boostern soll also das ist ja nur mehr absurd du kannst dich anstecken und du kannst andere anstecken da steht heute fest das heißt es ist medizinisch eigentlich nicht mehr klar warum man überhaupt so einen gedanken einer impfpflicht überhaupt voranträgt und neben der situation dass man sich anstecken kann und andere auch anstecken kann 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 man auch krank werden und wir hören auch von fällen von geimpften die nicht nur im spital sondern auch in auf der intensivstation liegen also jetzt ist auch die frage gibt es jetzt wirklich am ende einen milderen verlauf oder nicht unbedingt das ist ja auch noch eine offene frage momentan wird das als das hauptargument noch dargelegt dass man sagt es gebe einen milderen verlauf wenn das der fall wäre wäre das ein wesentliches argument das wird nur immer wieder in zweifel gestellt deshalb braucht es endlich studien und es braucht endlich studien wie schaut das aus mit den m r na impfungen welche kurzfristigen nebenwirkungen gibt es welche auswirkungen gibt es in der gesellschaft es ist so diffus alles dass viele menschen zu recht sagen in der art und weise wieder die politik vorgeht hat man kein vertrauen mehr zuerst heißt es wird niemals die impfpflicht geben wie alle politiker auch in deutschland von seiten der ampel koalitionsvertreter noch geschworen haben und kam es die wahl vorbei und es gibt eine ampelkoalition aber müssen alle für die impfpflicht also diesen politikern ist ja nicht mehr zu glauben da muss man ja jegliches vertrauen verlieren und da hinterfragt natürlich auch der bürger was kann da dahinter stecken ist es wirklich die sorge um unsere gesundheit und da muss man vorgeben dass die zahlen her geben das die zahlen her es gibt zum glück keine übersterblichkeit in der gesellschaft und ja es gibt corona das wissen wir es gibt auch unterschiedliche symptome von menschen die corona haben und auch unterschiedliche krankheitsverläufe und ja auch da oder dort wie bei der grippe einmal stärkere neben schwächeren verläufen ja das ist so wir werden damit leben lernen müssen aber es gibt auch das handicap einer mrna impfung die keine langzeit studie hat die in wahrheit ich weiß schon da hängt man sich dann bei den begriffen auf kann not also eine gewisse not zulassung oder eine zeitlich begrenzte zulassung hat wo viele nicht als testkaninchen zur verfügung stehen wollen und eben sagen na ich entscheide mich in meiner persönlichen identität für meinen körper dafür dass ich mir diesen impfstoff nicht zumuten will weil ich angst habe dass vielleicht noch nicht erforschte nebenwirkungen und da gibt es ja viele vermutungen die im raum stehen da oder dort sind herzmuskelstörungen aufgetreten da oder dort hat es auch thrombosen oder gehirnschläge gegeben und das ist auffällig so natürlich will man von seiten der wissenschaft und von seiten der offiziellen stellen keinen zusammenhang zur impfung hergestellt wissen aber irgendwie entsteht schon der eindruck dass es da einen zusammenhang geben könnte wenn seit einführung der impfung signifikant bei den 40 bis 60 jährigen herzinfarkte schlaganfälle um 20 prozent gestiegen sind dann fragt man sich warum und dann muss man glaube ich dort auch tiefer nachfragen ich lehne jedenfalls jeden zwang und jede impfpflicht ab sowas hat in einer freien demokratischen gesellschaft nichts verloren und auch im sinne sage jetzt ganz bewusst auch das nürnberger kodex der ja nicht umsonst auch formuliert worden ist dass es nie wieder so sein soll dass ein staat menschen aufoktoriert was sie für eine medizinischen eingriff bei sich zulassen müssen den sie persönlich zutiefst ablehnen also das hat in einer freien demokratischen gesellschaft nichts verloren und das macht angst weil die frage ist wenn man sogar davor nicht mehr zurückschreckt was sind dann die nächsten schritte einer nächsten unfreieren gesellschaft während es dann die social tracking apps sind die social credit systeme wie in china andere kontrollmechanismen wo man sukzessive indem man den menschen die freiheit und grundrechte nimmt sie auch gewöhnt an eine situation die man heute begründet durch einen virus aber letztlich damit auch schleichend man demokratische freie gesellschaften abbaut und am ende macht man vielleicht in einer autoritären diktatur auf wo wir nicht hin wollen und ich sage es ist daher wirklich wichtig hier ganz ganz kritisch laut friedlich aber vehement gegen solche fehlentwicklungen aufzutreten da geht es um auch einen humanismus um liberalität um freiheit und wer nicht heute für seine freiheit kämpft nur der wird sie morgen verloren haben das ist einfach so und so gesehen glaube ich muss man die debatte insgesamt ja ernsthaft aber differenziert führen und ich bin entsetzt welche spaltung es in der gesellschaft heute schon gibt auf der einen seite und zwar auf beiden seiten jetzt auch extremisten auf der einen seite die die impfgegner für die jeder der sich impfen lässt quasi eine todesspritze sich geben hat lassen was ich sage genauso abzulehnen und absurd ist wie auf der anderen seite bei impfbefürwortern die halt jenen die sagen ich will keine impfung ich ich fühle mich gesund und ich möchte es ich sage ohne impfstoff so wie halt bei der krippe zuvor auch für mich weiterleben und ich möchte das risiko nicht eingehen dann hingestellt wird als schwurbler rechtsextremist oder mit anderen diffamierungen versehen wird das muss aufhören und wir müssen diese spaltung in der gesellschaft überwinden und jeder mensch soll frei entscheiden wer sich impfen lässt soll sich dafür frei entscheiden können der soll nicht verurteilt werden und vice versa auch umgekehrt wer sich nicht impfen lässt das ist auch seine freie entscheidung kann also dem anderen was vorwerfen wenn man den impfstoff für gut und richtig und nachhaltig hält dann soll man dafür mehr aufklärung machen und die menschen ich sage durch fakten überzeugen aber nicht weil man keine fakten mehr hat auf einmal mit totalitären zwangsmitteln und methoden da eingreifen und menschen bestrafen und vielleicht am ende sogar mit einer ersatzfreiheitsstrafe bedrohen also das ist ja nur mehr das macht nur mehr fassungslos und so gesehen verstehe ich natürlich die empörung aller menschen die nicht geimpft sind aber auch die empörung der menschen die schon zweifach oder dreifach geimpft sind und zu recht sagen ich möchte vielleicht keine vierte fünfte sechste siebte ochte impfung weil irgendwann einmal das bus dann für mich einfach ja abzulehnen ist und ich glaube dass da ein großes spannungsverhältnis entstanden ist wo auch am kommenden samstag wieder in wien sehr sehr viele menschen auf die straße gehen werden ich war ja bei der letzten demonstration dabei und ich kann also ungeschaut sagen dass das 120 bis 150.000 menschen gewesen sind die man ja auch von den medien wieder ich sage manipulativ auf 30.000 reduziert hat wo in graz erst unlängst 30.000 menschen auf der straße gewesen sind also man versucht es ja auch herunterzuspielen herunterzutodeln und die menschen die ich dort gesehen habe waren keine extremisten das war die mitte der gesellschaft das waren menschen aus allen sozialen schichten aus allen altersgruppen aus allen politischen richtungen eigentlich aber menschen die für freiheits- und grundrechte dort auf die straße gegangen sind und gesagt haben also sie wollen hier nicht eine entwicklung in richtung eines impfzwanges der ja der ich sag der der autoritäre staatliche entwicklung entseitigt ja die wir in unserer gesellschaft nicht mehr haben ganz kurze zwischenfrage nur herr strache sind sie selber geimpft nein ich bin nicht geimpft und stehe natürlich so wie viele bürger heute vor der situation wie gehe ich jetzt damit um ich bin von dem mrna impfstoff bis heute nicht überzeugt ich habe mich versucht damit auseinanderzusetzen wir sind alle keine wissenschaftler ich habe mir die unterschiedlichsten meinungen von wissenschaftlern angehört und es gibt diese unterschiedlichsten meinungen und ich bin heute noch nicht von diesem impfstoff überzeugt dass ich ihn mir zumute ich habe da ja immer gesagt ich warte auf den todviren impfstoff ja und da sind ja durchaus welche in der entwicklung aber ich wundere mich dass die bis heute nicht zugelassen wurden es gab im zuge der corona maßnahmen und dann später der impfung und dann noch später auch der impfmaßnahmen ja nochmal eine explosion der zensur im internet weil man jetzt halt das perfekte argument hat ihr gefährdet menschenleben wenn ihr gegen die maßnahmen oder gegen die impfung seid wie sollte man am besten damit umgehen eigene plattformen rechtsstreit mit großen social media plattformen suchen was denken sie ist die beste strategie der wahnsinn ist ja wirklich also die zensur greift ja wild um sich und jetzt stellen wir uns doch alle einmal die frage ich sage es erinnert ein bisschen an eine moderne bücherverbrennung wer zensur notwendig hat hat keine argumente oder schlechte argumente also das muss ja jedem kritisch denkenden bürger einleuchten dass da etwas nicht stimmt man muss doch immer in der debatte oder in der diskussion wenn man meint recht zu haben und ich sag die wahrheit die es ja in dem fall ja nicht gibt es gibt immer mehrere weiten aber zumindest meint die wahrheit zu haben oder die besseren argumente auf seiner seite zu haben muss man sich ja freuen über die debatte und kann ja jedes falsche argument relativ leicht auch entschlüsseln und sichtbar machen und wenn man das nicht tut sondern zensiert und ganze kanäle ich sag wie facebook twitter und andere kanäle in der modernen kommunikation auf einmal zu solchen methoden greifen na dann ist gefahr ein vorzug dann wird man hellhörig weil dann stellt sich wieder die frage warum und was steckt da dahinter man hat offenbar nicht die richtigen argumente sonst würde man so nicht handeln das gefährlich und man muss ja auf andere kanäle heute ausweichen also ich habe eines gelernt auf facebook teile ich in der regel zu diesem thema nichts mehr damit ich einfach der sperre entgehe und dafür verlagere ich mich halt auf twitter oder andere kanäle wo ich dann offen auch meine position oder kritische themen ansprechen kann ohne gesperrt zu werden ich glaube es wird eine verlagerung geben auf neue netzmöglichkeiten so gesehen bin ich ja sehr gespannt auf den kanal von donald trump ja der ja da einen neuen social media kanal in vorbereitung hat der ja selbst betroffener ist der zensur weil er ja auf twitter und anderswo gänzlich gesperrt wurde und überhaupt nichts mehr schreiben darf also das sind schon alles sehr sehr bedenkliche entwicklung ich denke halt dass das recht seine meinung frei zu äußern eigentlich das recht vermeintlich blödes zeug zu quatschen einschließen soll natürlich jede dumm also selbst wenn die sachen de facto falsch sind man hat das recht hat auch falsche sachen zu erzählen also lange ich nicht zu gewalt aufrufe oder 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 ich sage natürlich gibt es die grenze gewalt aufrufe extremismus pädophilie solche irrsinnigkeiten die ganz klar im gesetzlichen rahmen definiert sind haben da nichts verloren aber bei einer freien meinung kann auch die größte dummheit möglich sein also das ist ja entscheidend ja aber es ist ja dann ein leichtes diese dummheit sichtbar zu machen und wenn ich mir wenn ich das nicht zustande bringe dann ist offenbar der andere gar nicht so dumm dann bin ich vielleicht so dumm es nicht sichtbar zu machen oder hat nicht recht und stichwort irgendwie leben werden gefährdet das ist immer das hauptargument fehlinformationen zu corona gefährden leben will ich noch mal daran erinnern die hessenschau unsere öffentlich rechtlichen haben bei 2g davon gesprochen wie toll es ist wieder aus demselben glas zu trinken in der diskothek haben das quasi beworben dass man das machen soll also demnach müsste eigentlich dann die hessenschau jetzt alle ihre social media plattformen verlieren nein also ich bin in wahrheit nur mehr fassungslos in wahrheit sind wir haben ja beispiele wie schweden ja ich mein schweden hat keinerlei zwang gelebt keinen lockdown gehabt keine zwangsmasken verordnung und andere wahnsinnigkeiten und stehen heute sehr gut da die werden völlig ausgeklammert und es gibt natürlich auch andere solche beispiele eingehe ist das entscheidende ja nämlich dass man mit tests sicherstellt dass man nicht infiziert ist und gesund ist eingehe man sollte eine wenn schon dann im testmanagement sicherstellen dass man rasch seinen antigen test und auch seinen pcr test jeden tag regelmäßig sichergestellt bekommt und daher weiß ich bin nicht infiziert ich bin nicht positiv ich kann daher ungehindert heute meinem leben nachgehen ja das wird vollkommen ausreichen aber alle anderen maßnahmen sind für mich nicht verständlicher und jeder der sich impfen lassen will weil er der impfung vertraut weil er die überzeugung hat die impfung schützt ihn soll sich impfen lassen ja spricht nichts ich habe zuvor natürlich wieder ein bisschen recherchiert um zu gucken ob ich was unangenehmes finde womit ich sie konfrontieren könnte und ich bin fündig geworden unter anderem beim spiegel sie seien wohl leidenschaftlicher zocker von clash of clans und sie hätten wohl monatlich zwei bis dreitausend euro für das spiel ausgegeben bezahlt hätten sie diese beträge wohl mit einer fb kreditkarte ich hätte dazu zwei fragen ich habe mir das vor mal angeguckt und es scheint sich dabei um einen aufbau strategie spiel zu handeln warum zocken sie so einen schmarrn haben sie noch nie von sim city die siedler age of empires oder faktorio gehört und wie viel haben sie für das spiel wirklich ausgegeben und haben sie dass ihre partei tatsächlich bezahlen lassen und da sind wir wieder bei den ist ja ganz bewusst von den medien verbreiteten verleimdungen unwahrheit unwahrheiten anbatzungen und das ist ja genau das ziel und die methodik jemanden mit falschen anbatzungen in ein ganz ein schiefes licht zu rücken faktum ist ja clash of clans habe ich mir heruntergeladen spiele ich auch mit meinem großen sohn und ja es stimmt es wurde einmal vor vielen jahren ganz am beginn als ich dieses spiel heruntergeladen habe und sozusagen dieses strategie spiel und dieses dorf auch mit meinem sohn gemeinsam aufgebaut habe irrtümlich weil eine parteikreditkarte auf meinem hände eingespeichert war damals irrtümlich ein betrag von 2 bis 3000 euro abgebucht der dann von der partei mir verrechnet worden ist und ich diesen betrag der partei noch selbstverständlich zurückgezahlt habe nämlich umgehend und dann die kreditkarte die da eingespeichert war für schaltungen für werbeschaltungen für moderne kommunikation man dann dort sozusagen herausgenommen und gesplittet hat damit das nicht mehr passieren kann und ja ich spiele das spiel mit meinem sohn auch bis heute ist so und ich finde es lustig ja und ich sage ein bisschen sollte man sich immer das kind auch im mann bewahren okay dass das heißt also gab es so eine art ermittlungsverfahren oder so und am ende wurden sie freigesprochen oder ist das ding noch nicht durch was ist denn da der stand ist die sache durch da gibt es nach wie vor ein ermittlungsverfahren das nennt man dann das spesen ermittlungsverfahren und diese spesen ermittlungsverfahren beruht genauso auch auf diesen manipulativen unterschobenen rechnungen die mein ehemaliger sicherheitsmann und polizist der teil dieser tätergruppe für das ibiza video war die haben zuvor jahre zuvor diese spesen manipulation und konstruktion schon begonnen und das ist ein eigenes verfahren wir haben vorhin schon erfahren dass aktuell wohl mehrere verfahren gegen sie laufen worum geht es dabei bei denen weiß ich nicht wichtigsten oder die die sie kurz abhandeln wollen und rechnen sie dort mit freisprüchen es ist einmal so dass dieses ibiza video diese drei minuten manipulativen zusammenschnitte im mai 2019 in der veröffentlichung zu einem ersten verfahren geführt haben dieses verfahren nämlich das ibiza video verfahren wo man mir ja fälschlicherweise vorgeworfen hat ich sei korrupt ist eingestellt weil ich nachweislich nicht korrupt bin das heißt das ibiza video verfahren plus das vereinsverfahren das sich sozusagen auf dieses video dieses illegal erstellte bezogen hat ist heute noch über zweieinhalb jahren eingestellt worden das hat aber dazu geführt wie sie wissen den rücktritt hat zu gezielten anonymen anzeigen geführt die gleich nach meinem rücktritt einen tag zwei tage drei tage später eingegangen sind offensichtlich auch von diesen tätergruppen da deutet viel darauf hin die dann zu weiteren ermittlungen geführt haben und auch zu einer hausdurchsuchung und im rahmen der hausdurchsuchung hat man mir mein handy abgenommen jetzt stehe ich fest wahrscheinlich hat man gesehen was für ein banaler und normaler mensch ich bin auf diesem handy weil man in wahrheit nichts gefunden hat was irgendwo nur mit korruption zu tun hat und hat dann an den haaren herbeigezogen die spende von der ich vorher erzählt habe die 2000 euro spende und eine wahlkampfspende genommen für ermittlungen gegen meine person und ein verfahren und darüber hinaus gibt es ein ermittlungsverfahren für eine aufsichtsratsbesetzung weil dieser aufsichtsrat der auch ein langjähriges vormaliges parteimitglied gewesen ist und den ich auch gut kannte einerseits gespendet hat aber mich auch wie das alte jahre vor der regierung der fall gewesen ist mich zu seinem geburtstag eingeladen hat nach dubai und ich ihm dann zwei oder drei wochen nachdem ich schriftlich eingeladen worden bin abgesagt habe und aufgrund dieser absage wird trotzdem ermittelt und eine anklage geprüft obwohl ich schriftlich dokumentiert abgesagt habe aus compliance gründen nachdem ich das damals prüfen habe lassen über mein kabinett also man sieht schon sehr sehr an den hrn herbeigezogene verfahren es sind verfahren eingestellt worden was meinen wohnsitz betrifft es sind verfahren eingestellt worden über diese ganze dubiose geschichte mit mit ukraine und herrn schellenbacher und angeblichen zehn millionen euro also eine völlige absurdität die die behauptet worden sind gezahlt worden zu sein für ein mandat was ein völliger schwachsinn ist wo aber auch diese sporttaschen geschichte in wahrheit eine rolle spielt weil dieser polizist der wiederum mit täter dieser gruppe war hat offenbar in meine sporttasche ein geld gelegt das fotografiert und dann sozusagen daraus dann wiederum mit der täter gruppe eine geschichte gebastelt anders ist das nicht erklärbar der wusste dass ich bargeld hatte das wusste er und hat offenbar darauf versucht eine geschichte aufzubauen und dieses verfahren ist es auch eingestellt worden es gibt ein casino verfahren wo ich bis heute nicht weiß was man mir vorwirft das war auch der grund der hausdurchsuchung da habe ich überhaupt keinerlei ahnung was man mir vorwirft auch noch keine einvernahme erlebt dann gibt es das spesenverfahren das auch von der tätergruppe mit untergeschobenen falschen rechnungen wo die sich offenbar bereichert haben und das versuchen auf mich zu transferieren ist ein verfahren da jetzt muss ich nachdenken ein finanzstrafverfahren ist im zuge der ganzen falschen vorwürfe eingeleitet worden und noch zwei andere nebenverfahren mit ganz eindeutigen also auch ganz komischen absurden falschen unterstellungen die aber eigentlich auch vor der einstellung stehen sie haben vorhin schon mal ihr neues buch gezeigt darin geht es um die geschichte auf ibiza wollen sie uns ihr buch bei der gelegenheit noch mal kurz schmackhaft machen na ja ich zeige es noch einmal her ja es geht nicht nur um die geschichte auf ibiza aber natürlich ist das der aufhänger das ist ja ganz bewusst das ibiza attentat weil es natürlich ein attentat war in dem sinn dass man gesagt hat der muss politisch weg den müssen wir aus der regierung heraussprengen der darf nicht mehr und soll nicht mehr vizekanzler bleiben der soll auch keine regierungsverantwortung mehr haben den wollen wir weg haben und zum glück ein attentat das ich physisch überleben durfte und eben in einer anderen art und weise seine ausformung erlebt hat und ja da beschreibe ich einerseits natürlich in dem buch ich sage ganz bewusst meinen lebensgang meinen werdegang wie ich politisch auch tätig geworden bin meinen aufbauprozess in der politischen arbeit bis hin zu den regierungsverhandlungen bis hin zur regierungsverantwortung und den dortigen erlebnissen aber auch sehr auf eine persönliche art und weise wie ich sebastian kurz einschätze wie ich andere personen wo ich erlebnisse hatte die wahrnehmungen und empfindungen die ich dabei hatte auch dargelegt habe in dem buch einen ausblick auch vornehmend hintergründe und natürlich das ibiza attentat mit den vielen offenen fragen hinweisen und indizien betreffenden das wissen ja viele nicht auch das was wir heute besprochen haben das ist ja auch für viele unvorstellbar dass es so eine jahrelange operation gegeben hat und dass solche netzwerke das sind ja unglaublich viele menschen die da dahinter stehen und man muss ja auch wissen dass viele der täter also diese vermeintliche oligarchin wahrscheinlich aus dem ex jugoslawien kommt das laben k aus dem ex jugoslawien kommt der etip salmanowitsch offenbar ein bosnischer muslim ist der dort mittäter ist der julian hessenthaler eigentlich ja nicht julian hessenthaler heißt sondern einen ja namen hat aus dem ex jugoslawien eigentlich ja und daher da viele sozusagen wurzeln aus dem ex jugoslawien heraus haben die bekannt sind und wo man nachweisen kann dass sie als v leute operativ für deutsche und österreichische polizei behörden gearbeitet haben und offenbar für diverse ich sag schon fast rechtswidrige operationen offenbar verwendet worden sind und man diese ausgelagert hat dass da gibt es die operation mezzo und auch andere operationen wo diese herrschaften tätig gewesen sind und der eine herr dürfte auch als im bosnisch radikalen muslimbereich auch eine rolle spielen also das ist schon sehr sehr verwoben wo man ich glaube wirklich die hilfe auch vieler investigativer journalisten und wirklich ja ernsthafter behördenvertreter braucht die ein interesse haben das aufzuklären und ich habe manchmal den eindruck man hat dieses interesse nicht weil man da vielleicht wirklich in staatliche bereiche hinein käme wo es weh tun kann also man könnte sagen das ist ein polit-thriller das ist ein polit-thriller der hat aber auch noch auf echten tatsachen beruht auf echten tatsachen beruht und wo ich heute ich sage auch den todesfall jörg heidas in einem anderen licht betrachte denn damals hatte ich wirklich noch die auffassung und überzeugung es handelt sich um einen banalen unfall sehe das heute auch mit anderen augen denn ich hatte ja drei tage vor seinem dramatischen tödlichen autounfall ja eine aussprache auch mit ihm und im rahmen dieser aussprache haben wir eigentlich versucht unseren konflikt den wir miteinander gelebt haben auszuräumen auch wieder eine zusammenarbeit zu suchen und zu definieren und uns beiden war bewusst nach der wahl 2008 dass wir wenn wir zusammen arbeiten zusammen auch die stärkste partei in österreich gewesen wären und er hat im zuge dieser aussprache und dieses gesprächs auch erzählt von bankunterlagen die er hat und wo er von bankunterlagen sprach wo er damals in den worten sinngemäß gesagt hat er hat da belege über die österreichische bankenmafia wo die republik ein erdbeben erleben wird und wo da gewisse strukturen bankstrukturen in österreich die gewissen parteien nahestehen offenbar ja keine korrekten und legalen wege gelebt haben dürften und das hat er mir drei tage vor seinem tod damals dargelegt ich ärgere mich bis heute dass ich da nicht näher nachgefragt habe und nicht um nähere details nachgefragt habe aber drei tage später war er dann tot ich habe eine zuschauerfrage zu ibiza von zweitbester erfragt denken sie die övp wusste bereits vor den koalitionsverhandlungen mit der fb vom ibiza video also ich gehe fast davon aus dass beim florian klenk kann man davon ausgehen dass es bereits im herbst 2017 vor der nationalratswahl gewusst hat da gibt es nämlich einen tweet der sehr interessant ist und darauf hindeutet da hat er damals einen tweet abgesetzt wo er schreibt der spö parteichef kern wird bei der nationalratswahl positiv überraschen es werden aber auch bettabils und strache überraschen dort fehlt aber das positive überraschen dort hat er das überraschen anders gemeint und interessant dabei ist dass es ja später eine affäre gab die auch sehr konstruiert gewirkt hat gegen bettabils wo man bettabils eine sexuelle belästigung vorgeworfen hat die auch so zu seinem rücktritt geführt hat und es macht fast den eindruck als hätte da der florian klenk schon im herbst 2017 vor der nationalratswahl etwas gewusst und es hätte ja damals damit gerechnet dass das noch vor der nationalratswahl auch gespielt wird was dann nicht der fall war und ja ich gehe davon aus dass die diversen parteien auch die övp eventuell schon im zuge der nationalratswahl bewegung spätestens danach bescheid gewusst haben es gab ja während der wahl 2017 auch eine fernsehdiskussion wo ich auf 24 mit sebastian kurz eine wahl diskussion hatte wo ich ihn das erste mal ich sag nervös machen konnte sebastian kurz ist ja oft als person um ihn zu beschreiben wie ein teflon gewesen ja man hat den eindruck ohne emotionen ohne gefühle fast schon seelenlos perfekt eintrainiert studiert einer der keine fehler macht der beinhart sozusagen einem weg folgt und dem man nicht aus der ruhe bringen kann und bei allen dingen die man ihm vorwirft perl das ab wie auf teflon und da ist mir damals eine situation passiert wo ich erfahren habe über einen informanten dass auf einem flug nach israel den tal silberstein getroffen haben soll und dass sie dort angeregt im flugzeug geplaudert haben und der silberstein ihn auch gebetten hat sich zu ihm zu setzen und dort über eine stunde eineinhalb stunden miteinander angeregt geplaudert haben und auch visitenkarten ausgetauscht haben und auch die mitarbeiter die ihn begleitet haben dann noch die visitenkarten verteilt haben und ich habe ihn auf diese situation angesprochen weil er nämlich immer behauptet hat er kennt den tal silberstein nicht und da war er das erste mal extrem verlegen und ist nervös geworden nach rot angelaufen und hat im zuge dieser dieser begebenheit die ich ihn da die ich ihm davor geworfen habe sehr nervös reagiert und dann mit einer antwort die sehr auffällig im nachhinein ist reagiert indem er gesagt hat herr strache herr strache ernst darauf sie führen ja immer nur nach ibiza und im nachhinein ist es schon sehr interessant wenn man sich diese passage ansieht man hat fast den eindruck mit dieser anleitung wusste er schon etwas und bei den anderen parteien wissen wir dass die spä informiert war schreibt ja dieser haupttäter des ibiza videos der julian h auch in seinen chats die sichergestellt worden sind dass ich zitiere jetzt die roten idioten es nicht schaffen das geld aufzustellen also da kann man schon eins und eins zusammenzählen also er war offenbar bei mehreren parteien unterwegs und wollte dort überall geld auch ein kassieren und ich denke dass die parteien so schlau waren ihm das geld nicht direkt zu zahlen und damit auch nichts zu tun haben wollten sondern wenn es über vereinstrukturen anwälte und über die bande über deutschland gespielt haben und es kann glaube ich auch niemand für möglich halten dass nicht der österreichische oder deutsche geheimdienst darüber bescheid gewusst hätten also die haben schon auch sicher darüber bescheid gewusst wenn so eine vorbereitung über süddeutsche spiegel stattfindet über jan böhmermann und viele andere bereiche na dann kann man davon ausgehen dass auch die geheimdienste darüber bescheid gewusst haben eine frage von verschlusssache er soll uns alles über die bvt-affäre die nordkoreanischen pässe und andere fiese und hochgradig illegale machenschaften der övp erzählen naja da gibt es viele dinge die im raum stehen ja da gibt es viele dinge die im raum stehen ich habe heute schon einmal von diesem tiefen start gesprochen diese deep state strukturen wir hatten ja einen geheimdienst der bvd wo es offenkundig war dass es dort fair politisierte einer partei nahestehende struktur gegeben haben soll und da sind ja auch beamte suspendiert worden die offenbar hochvertrauliche akten über personen bei sich zu hause gehabt haben wo ja dann auch hausdurchsuchungen stattgefunden haben und unter anderem auch ich die information erhalten habe von einem exekutivbeamten der im raum so einer hausdurchsuchung beim ehemaligen pvt-beamten bircher gewesen ist dass dann auf seinem küchentisch sehr sehr viele hochsensible geheime pvt-akten gelegen sind die sichergestellt worden sind von der staatsanwaltschaft nur interessanterweise ein akt nicht nämlich ein akt wo ein sehr dicker akt der auf seinem schreibtisch lag wo drauf gestanden ist hat sie strache ich weiß jetzt nicht ob streng vertraulich oder in einer anderen diktion aber sinngemäß streng vertraulich hat sie strache ein akt auch auf dem tisch gelegen hat der aber nicht von der staatsanwaltschaft sichergestellt worden ist im rahmen der hausdurchsuchung beim bvd die 2018 stattgefunden hier ist eine kritische frage vom schattenmacher er sagt es gab doch mal diesen berühmten auftritt mit ihnen oder von ihnen mit dem holzkreuz in der hand da haben sie abendland in christenhand gesagt später kam raus dass sie zu diesem zeitpunkt nicht gefirmt waren was daraufhin nachgeholt wurde wie bewerten sie das im nachhinein wäre es nicht angebracht dass politiker genau diese oberflächlichen wertebekenntnisse sein lassen und entweder wirklich leben was sie predigen wurde halt etwas anderes predigen für mich ist das überhaupt nicht oberflächlich sondern etwas ganz tiefgehendes und ich bin ein sehr kleibiger mensch aber nicht im sinne von einer irdischen kirche ich bin ein kultur christ und das aus überzeugung und ich glaube dass das auch die gemeinsame klammer ist da muss man nicht ein gläubiger anhänger der katholischen protestantischen oder welcher kirche auch immer sein ich bin ein überzeugter kultur christ ich glaube an gott bin mit vielen dingen die in der irdischen kirche stattfinden nicht einverstanden und für mich ist das kreuz das eigentum aller gläubigen menschen und nicht der kirche noch dazu ohne corpus christi und das war ein kreuz dass diese wertegemeinschaft für die wir stehen für dieses christliche europäische abendland für das wir eintreten und dass meine überzeugung entspricht ganz bewusst von mir hochgehalten wurde und hochgehalten wird weil damals die debatte war diese kreize die im sinne des konkurrats abgesichert in unseren schulklassen hängen dort entfernen zu wollen und dagegen habe ich mich vehement und konsequent ausgesprochen und habe klar und deutlich gemacht mit dem hochhalten des kreuzes zu dem ich bis heute stehe und es weiter auch hochhalte nicht nur meinem geistern wie meinem herzen dass wir als kultur und wertekristen einfach auch sicherstellen wollen dass das kreuz weiter in den schulklassen bleibt und ein teil unserer kultur ist und bleibt und damit auch in unserer gesellschaft unsere kinder selbstverständlich auch groß werden sollen und das war eine klare ansage die ich aus vollster überzeugung gemacht habe und das mit der firmung hat überhaupt ist überhaupt kein widerspruch oder überhaupt nichts auch damit zu tun sondern das ist viel banaler ich war in einem katholischen internat seit meinem sechsten lebensjahr bin katholisch erzogen worden habe dort auch durchaus fehlentwicklungen erlebt denen ich sehr kritisch gegenüberstehe bin meinem eigenen weg gefolgt dann auch in folge meine eigene vertiefung sozusagen auch meines persönlichen glaubens vorgenommen und habe habe aufgrund der krankheit meiner großeltern die firmung die damals mit 14 jahren geplant gewesen ist nicht wahrnehmen können weil sie abgesagt wurde und dies dann leider nicht nachgeholt worden und als dann mein kursar seine firmung hatte hat er mich gebeten als firmenpartner für ihn tätig zu werden und das war dann ein guter und willkommener anlass meine firmung nachzuholen und das haben wir damals in wiener neustadt in der militärpfahre dort auch gemacht und das war gut und richtig so und ja hat lange gedauert aber war mir immer ein anliegen und das war der grund warum ich das dann auch nachgeholt von el presidente napoleon soll mal gesagt haben schiebe niemals etwas auf vorsatz was durch inkompetenz erklärt werden kann was von beiden trifft auf die aktuellen politiker zu im speziellen auf solche die glauben strom wird im netz gespeichert also eine anspielung an anna linia baerbock naja die dame ist ja überhaupt spannend die bringt ja keinen geraden satz heraus also man fragt sich wirklich wie so eine person in der politik überhaupt in der form reagieren kann das ist immer wieder spannend also die muss schon wirklich mächtige unterstützer haben sie gehört ja auch angeblich zu den young global leaders wo auch der sebastian kurz ja auch seine erwähnung gefunden hat ist immer wieder spannend also manchmal ist es offenbar nicht unbedingt die frage von kompetenz und von leidenschaft und von überzeugungskraft und von anerkennung bei den menschen sondern offenbar doch von gewissen netzwerken und unterstützern die einen da auf den schild heben den eindruck hat man ja und daher ist es ja auch das drama da fehlt dann natürlich auch die gewachsene kompetenz die soziale intelligenz da oder dort natürlich auch vielleicht das fachwissen wie wohl ich schon davon überzeugt bin dass politik wenn man so will ist ein handwerk ist dass man auch erlernen muss ja das glaube ich nicht dass der erfolgreichste unternehmer der von heute auf morgen sagt jetzt gehe ich in die politik automatisch seinen erfolgten in der wirtschaft und als unternehmer zeitig in der politik wiederfinden muss weil einfach da oder dort schon völlig unterschiedliche gesetze der fall sind also das ist schon ein handwerk das man lernen muss aber teilweise kann ich dem dem nur zustimmen dass man oftmals sprachlos ist welche persönlichkeiten in der politik zugegen sind die sichtbar auch und das ist das was mich oft so abgestoßen hat ich sage jetzt ganz bewusst kein herz keine seele haben keine überzeugung haben überhaupt nicht authentisch sind eine ansprache halten im parlament oder wo auch immer wo man sieht was der da verzapft für einen blödsinn an den glaubt das selber nicht wo dinge wiedergegeben werden weil die partei das so wünscht oder ich weiß nicht wer ihm das vorgibt und man sieht förmlich dass das absolut nicht echt ist was da vorgetragen wird und dass der mensch der das teilweise vorträgt überhaupt nicht dahinter steht und ich glaube diesen unterschied erkennen die bürger wer lebt wirklich das was er sagt ja diese authentizität die ist ganz selten in der politik der fall und ich glaube genau aber das macht den unterschied aus und authentische ehrliche politiker sind natürlich dem system überhaupt nicht willkommen weil sie nicht anpassungsfähig sind weil sie gegen den strom schwimmen und weil sie sich eben nicht da ich sage in eine gussform hineinpressen lassen und funktionieren wie das man ich habe hier zwei fragen zum thema martin selner oder identitäre bewegung die würde ich mal zu einer zusammenfassen das hatten wir auch schon kurz heute mal angesprochen der kontext meines wissens ist dass es gab ja dann eine distanzierung nach dem kurz nach dem christchurch anschlag diese öffentlich eingefordert hatte und orange batman schreibt dazu herr strache würden sie sich rückblickend gesehen wieder von ihrem politischen vorfeld distanzieren in klammern martin selner wie sehen sie den umgang mit dem politischen vorfeld heute und warum haben sie anders gedacht als sie noch im amt waren also dazu klar stellend ich habe immer die gleiche meinung ich gehe sogar in meinem buch auch darauf ein auf dieses thema wie meine sehr klare meinung verfolgt das was die identitären das was der martin selner und seine mitstreiter machen ist vollkommen legitim und gerade auch in einer demokratie völlig legitim die sind innerhalb des verfassungsbogens die sind wenn man so will eine moderne nicht linke in dem fall rechte ngo machen mit protestaktionen mit unterschiedlichsten aktionen auf sich aufmerksam und das in einer durchaus witzigen art auch oftmals das tut den linken natürlich weh weil die linken diesen aktionismus eigentlich immer geglaubt haben für sich gebachtet zu haben so und es ist völlig legitim was sie machen aber der begriff vorfeld stimmt die freiheitliche partei wo ich obmann war ist eine partei die ganz klare statuten und rahmenbedingungen hat und die auch anerkannte vorfeldorganisationen hat und die identitären waren nie eine vorfeldorganisation der freiheitlichen partei die haben ihre absolute legitimität aber was ich nie wollte ist dass ich mich für irgendeinen verein rechtfertigen muss der nichts mit uns zu tun hatte und auch keine vorfeldorganisation ist und das ist etwas was schon aus einem reinen schutzmechanismus heraus vernünftig ist denn ich kann nicht eine verantwortung für einen verein übernehmen wo wir kein mitspracherecht haben der kein teil unserer struktur ist und wo man auch keine entscheidungsgewalt hat dann habe ich noch eine frage von dem freistaatler er fragt was halten sie von der verbannung schlomo's und martin sellner seitens youtubes und finden sie dies sei mit den werten einer demokratie um genauer zu sein dem recht auf freie meinungsäußerung vereinbar das heißt der schlomo ist auch schon gesperrt dafür ja dutzendfach man muss das ja fast schon als orden sehen diejenigen die dort gesperrt sind ja müssen das schon fast als einen orden begreifen dann sind wir wieder beim thema es kann gar nicht so dumm sein dass man es sperren sollte und wer sperren und zensieren muss stellt offenbar fest dass das gar nicht dumm ist sondern so gescheit ist dass er sich gar nicht mehr zu helfen weiß das aufklären sichtbar zu machen und so gesehen spricht es dafür dass diejenigen die da am hebel sitzen so etwas zu zensieren angst haben vor einer vor einem diskurs vor unterschiedlichen meinungen und wer angst hat vor einem diskurs und unterschiedlichen meinungen der hat in wahrheit keine argumente und ist schwach aufgestellt und je ängstlicher man ist und je schwächer man ist desto autoritärer muss man durchgreifen und muss daher andere meinungen sperren zensieren oder gar bücher verbrennen ich glaube nur dass das in unserer zeit und in einer demokratie gar nichts verloren dann habe ich grüße aus hamburg der fragt meinen sie dass ein generalstreik angemessen wäre ein tag an dem wirklich jeder mit der politik unzufrieden oder der mit der politik unzufrieden ist nicht arbeiten geht urlaub krankheit oder wenigstens extrem unproduktiv arbeiten ein solcher tag könnte in die geschichte eingehen und da gibt es ja jetzt gerade akut diese sache mit dem warnstreik wegen den corona maßnahmen also können wir es auch darauf erweitern was halten sie von solchen protestaktionen ich halte das für absolut legitim warum ich habe also bei der letzten ich habe einige große demonstrationen mit unterstützt und bin auch vor ort dabei gewesen auch bei der letzten wo über eineinhalb stunden am ring die menschen ihren protestzug gehabt haben also das war eine unglaubliche kraft friedlicher art protest gegen einen staatlichen impfzwang und fehlentwicklungen auch zu leben und ich habe damals schon festgehalten es braucht eigentlich wenn es um den widerstand geht solche autoritären ziele und pläne verhindern zu wollen ja verhindern zu müssen auch die konsequenz aber auch vor allen dingen die persönlichkeiten die so etwas organisieren und auch kanalisieren und ja das ist gut und richtig wenn man wie damals schon festgehalten man hätte eigentlich fast 14 tage so eine große demonstration in allen städten fortsetzen müssen bis die regierung endlich zur einsicht kommt dass der impfzwang der staatliche in einer freien demokratischen gesellschaft nichts mehr verloren hat und davon abgeht und ich glaube das muss man mit konsequenten friedlichen mitteln sage im sinne von martmar gandhi auch weiter ausbauen damit man solche autoritären fehlentwicklungen stoppt das ist notwendig und man muss wirklich aufpassen dass es nicht so ist dass man vielleicht solche friedlichen protestbewegungen die ihre berechtigung haben und in der mitte der gesellschaft angekommen ist weiter verunglimpfen kann und weiter man diese menschen als spinner als schwurbler als extremisten hinstellt und vielleicht sogar ich weiß nicht noch irgendwelche gewaltexzesse vielleicht sogar noch untergejubelt werden denn auch sowas ist immer zu befürchten weil damit kann man relativ rasch eine friedliche berechtigte bewegung dann kriminalisieren und vielleicht sogar unter einen terrorismusverdacht stellen frage die eine ganz andere richtung geht von hengamela war was ist ihre meinung zu transhumanismus naja ich sag die bücher von klaus schwab sind schon interessant zu lesen ich sage er schreibt ja in seinem buch die vierte industrielle revolution ja schon einiges darüber und auch in seinem aktuellen the great reset und das sind schon sehr bedenkliche entwicklungen die da angeschrieben werden weil ich schon einen grundsatz habe wir sollen uns einerseits nicht einer technologischen weiterentwicklung versperren das ist schon klar aber auf der anderen seite müssen wir schon festhalten dass der mensch mit seiner seele mit seinem geist mit seiner einzigartigkeit nicht zu einer nummer degeneriert werden darf und schon gar nicht in eine situation gebracht werden darf wo er einer maschine zu dienen hat und denen die die maschine steuern sondern wenn muss eine maschine immer dem menschen und auch dem individuum dienen und nicht einer struktur dahinter und das macht schon sehr nachdenklich was da an entwicklungen beschrieben werden und offenbar vorhaben mit agenda 2030 und anderen stichworten bis hin zur totalen kontrolle von menschen und das muss uns ernsthaft beschäftigen ich schreibe das auch in meinem buch darüber auch dieses thema diese heiße kartoffel habe ich in meinem buch angegriffen glaube wir müssen wir müssen hier sehr wachsam sein in der gesamten entwicklung weil natürlich hat es etwas auf sich wenn 2500 milliardäre im world economic forum sich immer wieder auch vernetzen treffen und ja auch gewisse interessenslagen haben die kann ja keiner abstreiten und es macht schon angst wenn so mächtige menschen sich strukturiert vernetzen und vielleicht gemeinsame pläne definieren die sie dann auch global in umsetzung bringen denn das kann eine entwicklung sein die nicht unbedingt zum vorteil aller menschen sein muss und das hat oftmals ein monopol an sich dass monopole ja nicht zum vorteil aller menschen errichtet werden sondern zum vorteil der nutzen ist und so gesehen ist es glaube ich ganz ganz wichtig in unserer zeit gewisse entwicklungen nicht nur kritisch beobachtend im auge zu haben sondern auch kritisch beobachtend zu begleiten und aufzudecken und auch gegenzusteuern da oder dort ich will nicht eine zukunft haben wo wir uns über eine nummer definieren über einen konzern über den wir arbeiten oder zu nutzlosen menschen degradiert werden die ein einheitsgrundeinkommen bekommen wo vielleicht ein bargeld abgeschafft wird eine digitale währung eingeführt wird einen digitalen euro einen digitalen jen einen digitalen dollar und wir mit vielleicht noch chip implantaten unsere identifikations ausweis darstellung gesichert haben im implantat und unsere kreditkarte und jederzeit ort basierend und jederzeit solche digitalen währungssysteme wenn man dem system nicht passt abgedreht werden können und man einer totalen kontrolle unterliegt bis hin zu einem grundeinkommen wo menschen sich nichts mehr ersparen können und dieses grundeinkommen jedes monat auszugeben haben und wenn sie das nicht tun der rest verfehlt das sind ja alles solche philosophischen zielspinnereien die man da auch herauslesen kann und das macht schon angst denn wir haben heute in china ja eine interessante systematik ein kommunistisches kapitalistisches system wo ich sage natürlich es gewisse nutznisse gibt die man als oligarchen und vermögende bezeichnen kann bezeichnen kann und die masse die dann eben nicht wirklich viel hat und aber dort unter einer gewissen kontrolle steht und wir auch social credit systeme bereits in china haben wo menschen mit gesichtsscreening über die kameras im öffentlichen raum kontrolliert werden tag und nacht wer geht bei rot über die kreuzung wird sich irgendwo falsch gepackt bekommt minuspunkte und wenn er dann unter eine gewisse punkte zahl fällt wieder zu einem rechtlosen bürger oder zu einem fast entrechteten bürger zweiter klasse der gewisse veranstaltungen kulturveranstaltungen sportveranstaltungen nicht mehr besuchen darf wo seine kinder gewisse kindergärten und schulen nicht mehr aufsuchen dürfen weil er zu einem menschen der unteren klasse degradiert wird aufgrund dieses social credit systems das macht angst noch dazu wenn man weiß dass europäische politiker aber auch klaus schwab und world economic forum sich mit solchen mechanismen auseinandersetzen und sich sowas als optimierung unserer gesellschaft vorstellen können das ist dann immer die frage woher das auf und wie weit geht das noch und ich habe immer gesagt das hat mit dem rauchverbot eigentlich begonnen man hat mit einem rauchverbot den menschen schon eine freie entscheidung genommen damals auch mit dem aspekt der gesundheit und hat begonnen sie daran zu gewöhnen dass der staat ihnen dinge verbietet und sie sich daran zu halten haben und man hat sich damals schon angesehen wie weit kann man gehen lassen die bürger sich das gefallen oder nicht sie haben sich gefallen lassen und jetzt geht man heute weiter und das macht schon sorgend ich glaube wir müssen da wirklich irgendwann einmal sehr vehement aber friedlich und konsequent gegen solche entwicklungen auftreten sie verhindern und da braucht quasi eine erneuerung unserer gesellschaft auf allen unterschiedlichen ebene das ist für mich also eine selektivere version von seinem social credit system oder auswirkungen die dem fast gleich kommen haben wir schon fast hier also wenn du hier in der öffentlichkeit stehst als sagen wir ein konservativer aktivist oder so da hast du ein problem ein bankkonto zu halten ein problem arbeit zu finden eigentlich dieselben auswirkungen die man auch mit niedrigen social credit score in china hätte nur halt betrifft es hier nur führungspersonen und leute die in der öffentlichkeit stehen vollkommen richtig und das kann das kann man weiterspinnen man kann jetzt so ein credit system auf co2 zum beispiel genauso festlegen ich höre dass in der europäischen union bereits von politischen zirkeln darüber diskutiert wird wo man hergeht und sagt wer kein co2-neutrales auto fährt bekommt strafpunkte wer nicht co2-neutral baut nicht co2-neutral einkauft kriegt strafpunkte der darf dann halt nur gewisse tage im monat sein auto benutzen und mit anderen strafmechanismen versehen also das geht in eine richtung einer total kontrollierten gesellschaft wo man den eindruck hat dahinter stehen politische strukturen aber auch konzerninteressen und das macht angst denn das ist nicht die freie gesellschaft die ich mir wünsche ja nicht die freiheit die ich leute und fragt wo muss eine opposition ihre ideologischen grenzen ziehen ohne ihre einheit zu verspielen welche position ist zu extrem wie gelingt der spagat zwischen mehrheitsfähigkeit und glaubhafter opposition das ist ich glaube das ist ja das ist ein sehr schwierig also alles was mit alles was mit gewalt zu tun hat ist strikt abzulehnen außer ich sage den notwehrakt das ist etwas was im rechtssystem auch klar definiert ist ansonsten ist es glaube ich wesentlich dass man klare ideologische fundamente auch hat und definiert und dafür gibt es ja auch die parteiprogramme an denen man sich dann auch orientieren muss und orientieren kann und ich glaube vieles ist auch eine frage der diktion ich glaube man kann oftmals das richtige sagen aber so wie es der eine oder andere sagt stößt er damit menschen ab und oftmals sind es ja auch vorurteile die die schon so eingeprägt sind dass menschen einfach gar nicht mehr zuhören weil sie einfach ein vorurteil haben da kann mal hundertmal was richtiges was vernünftiges was gescheites sagen es wird schon vorher abgeblockt das heißt man muss auch neue zugänge finden wie man da oder dort in der sprache in der art und weise wie man vielleicht da oder dort auch inhalte vermittelt das auf andere oder modernere ebene auch hebt das haben wir heute unter anderem auch schon mit dem rap einmal kurz dargelegt also ich erinnere nur wer sich nicht integrieren will für den habe ich ein reiseziel ab in die heimat guten flug arbeitslose haben wir ja selbst genug das habt ihr das schon gut auf den punkt gebracht hat in einer frechen art und weise und halt auch für eine gewisse junge zielgruppe die das auch dann anders aufgenommen hat und in wahrheit ist es ja nichts verwerfliches denn es zeigt einfach auf dass wir menschen haben wollen die bei uns arbeiten sich integrieren wie man dargelegt haben aber nicht menschen die unser system ausnützen und keinerlei arbeits- und integrationsbereitschaft haben und diese differenzierung ist zu treffen ich glaube wir müssen insgesamt sehr geschickt da oder dort auch die differenzierung optimieren und wir dürfen uns nicht von den politischen mitbewerbern und gegnern die uns falsch darstellen immer wieder in diese engen sackgassen hinein treiben lassen und das hat natürlich eine methode und wer klar sprachliche diktion spielt auch eine große rolle und da weiß man dass wenn es um sprachhoheit und um sprachdiktion geht die politisch linke seit der frankfurter schule natürlich sehr gezielt damit gearbeitet hat aber auch gegner versucht hat zu punzieren und auszuschalten und damit auch mit schlagworten faschismus kreile etc jede debatte und jeden inhaltlichen diskurs schon vorneweg zu verunmöglichen weil du punziert wirst und damit darf man ja gar nicht mit dir diskutieren und du bist quasi schon ein rechtloser und deine meinung ist sowieso einmal grundsätzlich zu verwerflich und kriminell und ich weiß nicht was und diese methodiken gibt es natürlich in der gesamten auseinandersetzung die kann man ja beobachten dass man menschen die heute heimatbewusst sind die patriotisch sind die für ihre kultur eintreten oftmals lächerlich gemacht werden oder eben als extremisten verungklimpft werden und wenn das alles nichts nützt dann greift man sozusagen in den letzten topf das ist dann der versuch die zu kriminalisieren und das ist schon das modell dass solzhenitsin auch beschrieben hat ihm in seinem buch archipel kulak gemeint der war ja ein als schriftsteller ein gefangener der sowjetunion der auch im kulak viele jahre als häftling verbracht hat und er hat das einmal gut auf den punkt gebracht was haben marxisten und kommunisten gemeinsam sie verschonen die wirklich kriminellen kriminalisieren aber die politisch anders denkenden und diese mechanismen gibt es leider auch in unserer gesellschaft noch eine frage von glyptodon wie ist realpolitisch mit der freizügigkeit in religion und migration umzugehen wenn man europa in seiner derzeitigen kulturellen und demografischen zusammensetzung auch langfristig erhalten will oder ist dies ohnehin ein verlorener posten also aufgeben tue ich nur einen brief und ich sage es liegt natürlich an uns menschen und jeden einzelnen bürger fehlentwicklungen nicht nur aufzuzeigen sondern abzustellen und zu korrigieren es ist nichts gottgegeben auf dieser welt wir menschen können dinge auch verändern und in eine gute und richtige richtung treiben und ja ich sagte es aus meiner persönlichen politischen überzeugung das europäisch christliche abendland muss gerettet werden es ist teilweise zwei vor zwölf der untergang europas ist möglich und der kann passieren wenn wir nicht rasch handeln und es gibt aber hoffnung das was ich halt wahrnehme um auf die frage einzugehen die freiheit der religionen ist eine selbstverständlichkeit und es gibt die großen drei welt religionen selbstverständlich muss es diese glaubensfreiheit geben trotzdem muss es einem staat obliegen im rahmen seiner demokratischen freiheitlichen verfassung auch gewisse grenzen zu ziehen und diese grenzen werden nicht gezogen heute es gibt heute keine grenzziehung gegenüber der radikalen muslimbruderschaft es gibt keine grenzziehung bei einer religion die eigentlich her geht und sagt wir sind ja gar nicht nur religion wir sind ja politik ja und 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 juristisches gesetz gleichzeitig und untrennbar ist das miteinander verbunden das passt ja gar nicht mit einer freiheitlichen verfassung und unserer grundordnung zusammen das ist ein widerspruch an sich das heißt man schafft sich ja damit selbst ab und nimmt sich selbst und seine eigene verfassung gar nicht ernst indem man solche fehlentwicklungen in einer gesellschaft überhaupt zulässt ja unter dem deckmantel einer religion obwohl etwas ganz anderes dahinter steht und man vielleicht auch sagen könnte das sind auch faschistische ideologien und strukturen beinhaltet die man eigentlich in unserer gesellschaft grundsätzlich abzulehnen und zu bekämpfen und zu verbieten hätte und so gesehen habe ich immer gesagt es braucht ein verbotsgesetz ja beim politischen islam ja und das ist bis heute nicht der fall und ja es sollte auch eine ein selbstbewusstsein eines europas geben dass man sagt diese europäische verfassung und dieser europäische grundsatz eines amtlandes sollte auch verfassungsrechtlich klar definiert haben dass wir eben vorwiegend christliche wurzeln haben nicht nur aber vorwiegend und diese auch nach wie vor ganz klar und deutlich erhalten und sicherstellen wollen so wie legitimerweise in der arabischen welt man eine andere werte basis hat oder auch in israel eine andere werte basis hat neben den anderen religionen aber klar definiert dass das ein jüdischer staat ist oder dass es sich um einen muslimischen staat hält ja so sehe ich europa als ein christliches wertegebäude dass wir auch sein und bleiben wollen und sicherstellen wollen und ja ich sehe auch irgendwo so einen bruch durch europa gehen sowie historisch auch im vergleich mit dem ost und weströmischen reich wir haben heute in osteuropa länder die sich schützen wenn man so will vor einer massenzuwanderung die auch klar und deutlich sagen sie wollen keine kultur fremde zuwanderung aus nicht europäischen ländern und daher auch ihre grenzen schützen und wenn wir heute in östlich europäischen ländern ich sage jetzt bewusst ob das ist ungarn polen tschechien slowakei ist etc dann sieht man dass dort autochtone mehrheitsbevölkerungen leben dass dort eine kultur auch als wertegemeinschaft gelebt wird dass man dort auch sehr sicher mit den öffentlichen verkehrsmitteln unterwegs ist und keine konflikte erlebt wie wir das teilweise in westlichen europäischen union heute wahrnehmen ob in großbritannien oder auch in frankreich mit den bonnieus und wo die autos brennen und man angst auf der straße überfallen zu werden bandenkriege und viel mehr an konflikten nämlich an kulturen sozialkonflikten stattfinden und das letztlich auch importierte konflikte sind und auch der terror ein importierter in der regel ist nach europa denn das hat einmal der heinrich lummer von der cdu sehr sehr gut auf den punkt gebracht der hat gesagt nicht jeder moslem ist ein terrorist aber fast jeder terrorist die letzten 20 jahre in der europäischen union war ein moslem und das sind einfach wahrheiten denen man sich stellen muss und manche wollen das nicht und ich glaube dass so ein bruch durch ost und westeuropa geht und wahrscheinlich auch sich wieder verfestigen kann denn der osten europas will einfach nicht untergehen und will auch nicht als kultur untergehen und wir haben ein ganz anderes wertebewusstsein und auch schutz empfinden als das teilweise im westen der fall ist oder durch westliche politiker in den letzten jahren kaputt gemacht worden ist anders kann man es gar nicht ausdrücken das ist die letzte zuschauerfrage die wir bekommen haben just another hater lieber hc wie wichtig ist ein vorpolitisches außerparlamentarisches umfeld werden sie in einem solchen wirten oder bleiben sie den parlamenten treu also für mich ich bin ja heute außerparlamentarisch bin heute ein bürger der ja weiter hochpolitisch ist und ich sage diese dieses politische denken und meine politische überzeugung die hatte ich immer die habe ich immer und die werde ich immer bis zu meinem menschlichen ableben auch haben und auch artikulieren und auch einbringen ja heute eben als bürger heute außerparlamentarisch heute auf unterschiedlichen ebene wie mit meinem buch oder auch mit artikeln oder interviews oder auch so wie mit euch heute hier auf dieser ebene ja da bringe ich mich ein aber natürlich alles in einem zeitlich beschränkten rahmen habe ich heute schon dargelegt mit massiven verfolgungen konfrontiert die ich zu bereinigen habe ich muss also mein unternehmen einerseits weiter aufbauen damit ich sozusagen die wirtschaftliche grundlage auch sicherstellen kann diese hohen verfahrenskosten irgendwie zu bewerkstelligen da möchte ich mich wirklich auch bei allen bedanken die da in den letzten tagen auch einen bescheidenen beitrag gespendet haben und mir da geholfen haben denn ich sage alleine schafft man das alles nicht viele die anteilnahme leben und ich natürlich permanent in einem tunnel bin ich bin bei einvernahmen ich bin beim anwalt ich habe aktenstudium es ist ein permanenter wahnsinn sozusagen mit dem man da konfrontiert wird der eigentlich durch so eine tätergruppe und durch so eine manipulative inszenierung eines videos begonnen hat und man nicht den eindruck hat dass die staatlichen stellen das aufklären und sichtbar machen wollen sondern ja der mohr seine schuldigkeit getan hat man hat den lästigen gefährlichen politisch anders denkenden hc endlich zur strecke gebracht und der ist als politischer konkurrent heute nicht mehr vorhanden aber ich bringe mich ein außerparlamentarisch ja und bin auch immer wieder gerne bereit solche sendungsformate zu besuchen und mit euch zu diskutieren aber natürlich mit einer begrenzten zeit denn ich habe nicht mehr die struktur und auch die kraft rund um die uhr quasi ehrenamtlich politisch tätig sein zu können das ist zurzeit nicht möglich aber es wird vielleicht wieder einmal in der beschreibung werden wir ihren telegramm kanal verlinken wir werden einen link zum buch reintun also da könnt ihr alles finden guckt ihr also vorbei ja kasper hast du noch etwas was du noch fragen wolltest alles klar dann sage ich euch herzlichen dank ja ihr seid ihr seid wirklich liebenswürdig muss ich sagen der schlomo und der kasper das nächste mal müssen wir mehr schmäh machen ein bisserl mehr lustig vielen dank herr stracher hat spaß alles liebe der wodka red bull brother vom austher ja tschüss